evangelium leute und deswegen müssen wir kommen stark sein okay und darüber sprechen leute weil wenn wir das nicht mal die sind alle heuchler leute lasst uns mal ehrlich sein die sind heuchler die kommen sie lügen sie verdrehen das evangelium sie versuchen worte hinzuzufügen was der herr jesus christus schon gepredigt hat das evangelium was vollständig ist ja da kommen sie wie wölfe ja wie so richtige aliens ja müsst ihr euch mal vorstellen und versuchen noch das wort richtig zu verdrehen ja und dann kriegen das unsere brüder geschwister mit die sagen wir mal schwach im glaube sind das war ich tatsächlich auch ja und dann weißt du nicht mehr ganz genau was die wahrheit ist und wenn da jemand so kommt und dir so so ein zuckerli so so schokolade hey immer zu kommen doch zu uns wir sind die wahrheit es gibt nur ein gott ja lässt sich schon verführen ja du lässt dich das schon verführen und da musst du vorsichtig sein ja denn du musst das evangelium lesen du musst das wort gottes lesen ja leute ich weiß das ist witzig ihr seid solche schlinge seid ihr seid nur hier reingekommen um zu lachen ich weiß schon ich weiß schon am liebsten so lustige verse rausholen was ich gerne also an alle die hier drin sind wäre das okay wenn ich für zwei minuten vielleicht diese geschichte mitteilen würde das dauert auch zwei minuten gerne an alle diese anfrage schicken an alle die eine anfrage gerade schicken ich mache das gerade heute bewusst weil wenn ich jetzt so viele leute reinhole dann ist es ein chaos ich hole gleich alle rein aber bitte bitte leute geduld haben ja weil die schwester bewegen deswegen alle geduld haben leute ich küsse doch eure herzen alle gemeinsam tippen leiten das einzige was ich möchte ja genau ich hatte eine begegnung mit jesus zwei mal im leben und zwar einmal war das so als ich kommentieren wollte bin ich an ostern nacht in der kirche gegangen das war glaube ich eine wenn ich mich nicht irre eine orthodoxische griechische kirche weil wir in unserer nähe halt keine rumänische haben sondern du musst sehr weit weg fahren und wir hatten dafür das geht in dem moment nicht und ich bin halt dahin gegangen und bei uns wir haben halt zu herzen gehalten und haben gebetet einfach auf unserer sprache und ich habe aus dem nichts geweint aber das war jetzt nicht so einen krassen heulanfall und ich bin aus der kirche als alle priester aufgehört haben zu beten und dass das nacht war den vorbei ich bin aus der kirche rausgegangen und habe den krassesten heulanfall bekommen also ich habe keine emotionen gespürt ich habe keine traurigkeit keine trauer nicht keine wut nichts gespürt ich wollte nur weinen und ab dieser nacht habe ich mich für das christentum doch entschieden alles gut ganz kurz schwester jesai 53 ich weiß dass sie über mich lästern macht ihr gar keine sorgen alles gut das ding ist diese abu kasim oder wie auch immer der heißt die die haben kein gott ich bin gesprächsthema für diese leute geworden warum weil sie am ende sind ganz einfach leute ja wir haben die hops genommen wir haben sie als team und ich spreche von euch allen leute alle die hier drin sind wir haben als team haben wir sie auseinander genommen leute es ist einfach so wir haben das wort gottes verkündigt wir haben darüber gesprochen die die leute kommen zu der wahrheit und deswegen reden sie über mich ganz einfach die sind am ende leute geht man deren stream es gibt nichts anderes als flex 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 abo amir 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 flex 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 die reden gar nicht mehr über ihren gott sie kennen kein gott das dürft ihr nicht vergessen leute ja wir haben schon gewonnen das sind verlierer das sind versager leute da müssen wir ehrlich sein ja denn der herr über der herr lässt sich nicht spotten das ist einfach so leute der herr lässt sich nicht spotten die sind versager ja die sind versager und deswegen sind die am abkacken ganz einfach ja wir sind hier in der liebe wir sprechen über den herrn jesus christus wir klären auf ja ganz einfach das sind versager ja das sind richtig wirklich 1a richtige versager ist gottessegen oder flex hallo gottessegen ich wollte ganz kurz hier unten was sagen also ich habe das jetzt mit erfolgt mit dem kopftuch und wo du dann erwähnt dass dass du aus rumänien kommst ich bin lachen ich bin aus serbien sie wollte noch fertig erzählen eigentlich schwester herz ne war sie fertig ich weiß es nicht gar nicht noch gar nicht noch gar nicht ok aber weil dann hast du ja geredet deswegen habe ich bin ja ja deswegen ich musste das nur kurz erwähnen und du kannst ruhig weiter erzählen wir hören deine geschichte weiterhin zu bist du noch da hallo 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 du hast dich gemütet übrigens hallo bist du noch da jetzt jetzt bist du da kurz weg also darf ich dann weiter erzählen jetzt ganz weiter also dann habe ich aus dem nichts sehr krass geweint und ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht irgendwie man muss meine religion zu wechseln ich habe ich bin direkt im christlichen zugeblieben dann gab es noch eine begegnung und zwar und das war wirklich also da wirklich war gottes plan dass es passiert und gott wollte ist es war so dass mein opa verstorben ist und ich wusste halt davon nicht und in der nacht habe ich geträumt ich war in ich weiß nicht was das war um ehrlich zu sein dachte ich wirklich schon kurz im moment dass ich in den himmel gewesen bin es war warm es war nicht wollten aber man hat nichts gesehen man hat wirklich nur nicht gesehen mit dem weg und es war warm du hast dich so wohl gefühlt du hast kein trauer nichts gespürt so wie in der bibel beschrieben wird wie der himmel ist ich habe aus dem nichts mein opa gesehen kerngesund und bin in seinen arm weinend losgerannt und bin dann aufgestanden und es war glaube ich gegen zwei uhr drei uhr nachts und an dem tag erfahre ich dass er wirklich verstorben ist und ich glaube gott hat mir noch mal die chance gegeben weil ich mich leider nicht von ihm verabschieden konnte er hat mir die chance gegeben ein opa zu sehen dass gott mir zeigt ein opa sind in meiner hand er ist sicher er hat keine schmerzen mehr und dieser traum wird für mich ein zeichen sein dass jesus in dem moment wirklich mir die chance dafür dass jesus amel leute einmal einmal ein amen und daran da musst du dich dran festsetzen und sagen es gibt den herrn der herr wirkt ja das darfst du nicht vergessen und du darfst dich nicht abwenden lassen wenn du das schon diese erfahrung schon gemacht hast lass dich nicht abwenden bleib stark im glaube weil ich hatte auch kennt ihr alle so also ich frage auch leute aus dem live so kleine zufälle hatte schwierige zeiten im leben und habt einfach nur gedacht gott kannst du mir bitte helfen und ich habe letztens ich bin in die u-bahn gefahren und ich hatte so eine schwierige zeit und auf einmal ist sie auf ein baum gemalt ich bleibe dass du mit ein kreuz das gibt so kleinen zufälle wo ich weiß gott ist gerade bei mir und das passiert mir sehr 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 oft sehr oft passiert mir das und absolut wie mir tut es halt ab und zu weh dass ich mich von gott ab und zu fern halte weil ich das weil ab und zu sage ich ja später morgen oder ich lese morgen die bibel oder ich rede morgen mit gott aber irgendwie spüre ich irgendwie dass gott mit mir reden will ich höre seine stimmen hinter meinem rücken und ich ignoriere das und ab und zu bereue ich das so sehr und zeige so reue und mir tut das so weh und so an alle dingen ist es ist egal ist es egal wo du bist solange du im glaube bist der herr ist immer bei dir immer das habe ich wirklich sehr gemerkt weil ich habe bemerkt als ich in der zeit kommentieren wollte habe ich gemerkt dass gott bin ich mehr geholfen hat weil ich denke manchmal sagt gott ich überlasse es dir mach es so wie es dein herz sagt du hast deine freiheit aber pass auf was du tust und ich denke ab dem moment als er wusste dass ich vielleicht wirklich von ihm gehen würde er hat mir noch mal diesen zeichen gegeben dass er will dass ich bei ihm bleibe und an alle leute hier drinnen die vielleicht nicht gläubig sind die vielleicht gerade zum christentum kommen wollten wo oder wollen bitte tut es und wendet nicht von euren glauben ab weil jesus christus existiert jesus christus ist für uns gestorben ich habe jesus zweimal begegnet in sehr krassen momenten und das ist nicht irgendein zufall das ist er gewesen und das wollte ich einfach nur sagen weil das sind einfach so meine erfahrungen wo ich sage dass ich am christentum fest glauben werde und dass ich nicht irgendwie sagen würde dass es nicht so ist absolut absolut wow echt sehr sehr schöne story wirklich sehr sehr schön ich finde es gut dass du nicht konvertiert bist ja dass du weiterhin im glaube geblieben bist mittlerweile sind diese diese gehirnzellen menschen gerade überall unterwegs und versuchen sogar sportler zu konvertieren das habe ich auch schon gesehen und und da hat sich jemand mal gemeldet ja ein sehr sehr bekannter boxer der floyd mayweather und hat gesagt hey was soll das für ein mist was da eigentlich abgeht ja also die versuchen alle dunkelhäutige brüder irgendwie auf jegliche art zu kompetieren und die die natürlich nicht stark im glaube sind die nehmen deshalb an und sagen ja okay gut warum nicht es gibt ja nur den einen gott ja und ich finde das wirklich mega mega traurig dass man ins sport rein gehen muss um leute zu kompetieren also ich finde das echt eine frechheit und ich finde das eigentlich schade dass unsere schwarzen brüder ja da nicht ein bisschen mitdenken ja die eigentlich schon christlich geprägt sind und die dann sagen wir mal schwach werden und dann doch diesen weg gehen das finde ich schon ein bisschen schade das ist echt das macht mich mega mega traurig und aber mein gefühl sagt mir mein gefühl sagt mir dass all diese leute all unsere dunkelhäutigen brüder die einfach so konvertiert sind dass sie irgendwann mal auf diesen riecher kommen und sagen hey da stimmt was nicht ja und dann kommentieren sie wieder zum christentum und sagen hey endlich habe ich die schaut euch mal kevin boateng oder prinz boateng oder kevin boateng war das oder prinz boateng zwar prinz jahrelang jahrelang war prinz boateng moslem gewesen heute auf morgen einfach zum christentum konvertiert und er hat gesagt er fühlt sich ganz anders ja so jetzt hat der ayubino geschrieben dank flexer dann dir bin ich immerhin glauben zum islam stärker geworden sehr sehr schön bleib weiterhin deinen lügen ja vielleicht hast du den alburak und fliegst zu allen sieben himmels richtungen ich küsse doch dein herz bruder ich küsse doch dein herz so auf jeden fall leute darf ich jetzt auch was sagen bitte dann ja ich muss gleich mein kleiner wartet ich muss ihm was zu essen legen deswegen es geht nur um die eine um die schwester die jetzt gesagt hat dass sie kopfdruck trägt ja kann sie machen jeder hat seinen freien willen aber nur eine sache möchte ich dir sagen du kommst aus dem banat du kommst aus rumänien du bist ja aus rumänien bestimmt nicht aus banat aber bestimmt aus der region und ich weiß dass die frauen da aus traditionsgründen kopftuch tragen so und das ist dann was anderes als zu sagen ich mache das wegen dem glauben sonst würde es für uns alle frauen gelten weil erster kunden erst fünf bis sechs ja da steht es ganz genau geschrieben ja dass eine frau ohne ohne kopf bedeckung nicht beten darf aber das heißt nicht wir sollen jetzt unser unser kopf bedecken und wir müssen auf die straße gehen und den muslim ähneln oder weiß ich nicht was wenn du das macht für dich dann macht es für dich aber nimm bitte nicht den glauben als grund dafür weil ihr aus rumänien wurde gesagt dass du kommst aus rumänien da hat sich für mich die gleich die frage schon beantwortet warum und warum weil ihr frauen aus der aus dem banat ich habe eine freundin und die nimmt genau denselben grund dafür und diese diskussion hat die schon mal mit ihr darüber dass das nicht der glaube ist ihr stellt das im vordergrund wegen dem herrn den jesus christus nein ihr macht das aus traditionsgründen alle frauen bei euch rumänische frauen tragen kopftücher weil das von ur schon von uhr 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 zeiten bei euch so ist und auch röcke tragen und auch kopftücher tragen und das ist das aber dann sagt bitte nicht dass es gegen dem glauben ist weil damit machst du die frauen die kein kopftuch tragen dann stellst du dich über die und das ist nicht gut und ich rede jetzt auch nur mit jeweiligen schwester bist ich möchte dich nicht belehren oder oder ein bruder wir sind frauen die uns unterzuordnen aber das was ich auch weiß und das was auch so ist das werde ich auch auch klar stellen ja und das ist nicht meine eigene meinung ich habe jetzt mit dem bibel fährt habe ich jetzt geantwortet er steht in der bibel drin er steht nicht in der bibel drin wir sollen nonstop kopftuch tragen wo steht das drin der bibel dann geht mir bitte den bibel fest dann mache ich fast falsch dann machen alle schwestern hier aber beim beten beim beten auf jeden fall 100 prozent aber leute ich habe nämlich einen gast mit dem ich gerne sprechen möchte auf eine sehr jahre geht es leider wirklich wieder erst ich war zwar in meinem kurz drin ich habe leider nicht lange genug abgewartet um da hinzukommen und da wurde ich von abu quasi gebeten in davout seinen live zu kommen und da habe ich dann gesagt ich komme gleich aber ich wollte dir zumindest bescheid geben die haben sich gewünscht ob du auch kommen kannst aber ich wollte dir zumindest mit unbedingt mal nicht mehr wünschen dass sie die brauchen mich nicht für was brauchen die mich denn ich weiß es nicht wahrscheinlich vielleicht dass der abu quasi dich widerlegen kann das weiß ich jetzt aber nicht ja also wenn er wenn er mit seinen lügen die bibel widerlegen möchte dann soll er doch kommen und die bibel widerlegen ist doch gar kein problem also wenn er versucht wird er in einem buch hinzuzufügen was sowieso schon von anfang an die wahrheit ist dann soll er doch gerne alleine hochkommen sogar kein problem habe ich zugesagt dass ich dahin bist du heute noch länger live heute olli olli ich will nur mit dir reden es ist ja ich weiß aber weil ich wie lange wann hast du heute noch zeit später bleibt doch drin ja aber dann wäre ich jetzt ungerecht denen gegenüber weil ich zugesagt in der live zu kommen war es doch gestern gegenüber mir schon ungerecht ja das stimmt aber da habe ich gott sei dank mit auf die seele geschworen ich habe jetzt sagt zwar auch nicht auf die seele geschworen aber ich habe gesagt ja ich komme ich weiß wer hat denn das überhaupt schon mitgekriegt ich und ich schwöre ihn auf meine seele wer hat denn das überhaupt schon von euch mitbekommen wer doch keine ahnung ist das gegen jemand in den kommentaren schon mal von mir gehört oder sage ich das jetzt zum ersten mal warte mal alles alles gut olli ist das möglich dass ich mit dir kurz 10 15 minuten sprechen können ist das ja aber dann gehe ich kurz in das andere live sagt da bescheid und dann dann komme ich zu dir noch mal dann gibt mir drei minuten dann bin ich in drei minuten noch mal hier und dann rede ich mit dir 10 15 minuten okay okay dann bis gleich okay alles ist gleich bis gleich bis gleich also ich finde das nur ein bisschen ganz kurz leute ich versuche mit olli zu sprechen leute respektiert ihn alles gut leute respektieren ist olli ist halt am wackeln sagen wir es mal so und ich finde das das ist eine große frechheit ja das muss ich nochmals erwähnt vor 200 leuten dass diese widerliche ekelhafte menschen ja den so manipulieren mit lügen ja der arme der soll doch es ist es ist das bricht mir das herz ganz ehrlich das bricht mir so dermaßen das herz naja okay ich würde jetzt gerne ausgehen wenn sich die wester nicht dazu äußern will ich wollte aber danach ist halt dazwischen gekommen deswegen er kann ich ja gerne okay dann habe ich noch natürlich kann ich kann wirklich deine meinung verstehen und ich bin damit vollkommen respektvoll jeder hat meinungsverschiedenheiten ich finde nicht dass ich das aus tradition gründen mache weil ich als kleines kind auch damit aufgewachsen bin und mit was meine oma zum beispiel die es selber streng gläubig und trägt selber fest das kopftuch und ist davon überzeugt nicht aus tradition traditionellen gründen ja da hast du recht in rumänien ist es sehr traditionell das kopftuch zu tragen ich bin jetzt nicht so viel in rumänien aufgewachsen ich habe mir meine kindheit hier verbracht ich bin ich glaube mit acht hierher erst gekommen und habe meine ganze kindheit hierher verbracht und bin alt genug so deswegen kenne ich jetzt nicht die ganze tradition in rumänien aber meine oma hat mich auch aufgewachsen dass eine frau auf jeden fall sich mindestens bedecken soll also was muss nicht unbedingt das kopftuch sein aber mindestens wie zum beispiel flex zum beispiel gesagt hat das haupt das ist das halt das wichtigste auch in der gemeinde auch beim beten ich tue es einfach weil ich den herrn jesus christus und nicht für andere traditionen oder sowas also es gibt auch viele leute die das machen aber mir ist das vollkommen egal ja also das wollte ich ganz gut an die geschwister und alle die eine anfrage schicken ihr müsst wirklich geduld haben heute weil ich kann meine hände nicht trennen leute nämlich ganz kurz bitte gottes segen dann ich gehe raus ja alles klar schwester und die andere schwester unten ich würde mit dir nachher sprechen wenn das okay ist ich wollte kein problem okay alles klar so flex ich habe jetzt bis zwölf minuten zeit bis halb neun kann ich mit dir sprechen wenn das für dich in ordnung ist bis halb neun okay warum hast du es so eilig ja weil ich dann noch mal in deren live ich habe jetzt gesagt weil ich dachte du willst du bin ich noch mal drin aber so lange können wir ja sprechen und dann kann man ja immer noch weiter zeitbegrenzung hier reinkommst dann ich glaube dann bringt es nichts weil ich mit dir ein normalen gespräch führen dann mache ich es so dann gehe ich dann um die zeit noch mal kurz rein sagt es dauert noch länger ich habe später dann reden wir länger ollie ollie eine frage hast du hast du jemanden der die befehle erteilt oder bist du selber ich habe dann irgendwo ein schlechtes gewissen ich will ja versuchen möglichst mein wort zu halten immer gemacht haben wenn ich es mündlich versprochen habe leider nicht immer ja ja aber warum bist du so ich verstehe nicht du bist doch kein besitz von irgendjemanden du kannst du hast genau also musst du doch nicht jeden jeden bescheid geben was du machst was du tust das stimmt das stimmt ja aber ollie ich verstehe das nicht bitte klär mich mal auf das ist ja weil ich vielleicht auch noch nicht durchsetzungsfähig genug bin ich bin das zwar schon besser wie früher früher da war ich das noch deutlich ab wieder ich weiß ja mit ist es gab vielleicht manche die haben mich von den in den ersten malen wo ich so gezielt live gegangen bin da war ich ja noch viel labiler da konnte ich mich ja überhaupt nicht durchsetzen da da bin ich ja innerlich total schon zur verzweiflung geworden und das läuft ja jetzt schon immer noch immerhin um einiges bis viel besser aber leider wahrscheinlich noch nicht so genug wie du dir das vielleicht wünschen würdest wie ich für mich selbstständig entscheiden sollte wenn man das vielleicht zu ja lieber ollie war erstens was bist du für ein landsmann wenn ich dich um ganz deutsch du bist ganz deutsch schwöre auf meine seele ich bin ganz deutsch was lässt du dir da erzählen eigentlich also ollie bitte ja kann ich verstehen kann ich verstehen aber wahrscheinlich kann ich dir jetzt nicht richtig genug erklären das ist jetzt die sache ich weiß nicht ob ich das richtig genug erklären kann wo 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 ist denn das problem ich möchte das sehr gerne wissen weil klar mich nicht mal dies gut ist irgendwo diese schlechte gewissen was ich hab der abu quasi der war so gut zu mir als ich mal in seinem stream war hat er sich nur stundenlang für mich zeit genommen mir bilder und ich kann dir auch sagen warum stundenlang zeit dass du ja in den islam reinkommst deswegen kommen und ich kommentiere dich ich nehme mir sehr viel zeit für dich ich finde das ok gut das kann ich jetzt natürlich nicht sagen was erinnerlich dann insgeheim wollte gedacht hat oder so kann sein ich halte es offen ich weiß es nicht kann ja aber was hat dich denn warum wendest du dich denn von jesus christus beispielsweise wo wo ist denn das problem was für geschichten oder was für lügen geschichten hat man dir erzählt rede mit mir also ich rede mit mir pass auf ich bin ja ich habe jetzt jesus christus noch mal angenommen vor zwei wochen bei mir mit dem amir abu quasi es gibt einen anderen amir und da habe ich den das christentum oder zumindest mit dem vertrauensvorschuss jesus noch mal angenommen dass ich zumindest mein vertrauen reinlegen dass er die wahl das gibt es doch mit gott mit woher weiß das ist doch nicht normal woher weiß der dass das amir abu ist ist der ist doch nicht normal woher weiß der das denn und tschuldige 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 so auf jeden fall da habe ich dann bei dem amir abu das noch mal angenommen und ich habe dann noch mal mit amir abu quasi und noch mit einem punkt punkt es gibt aus der schweiz einen der nennt sich aber den kennt ihr nicht der nennt sich ich glaube den kennt ihr nicht der ist türkisch der mich wunderbar sagen ja du musst mir bitte ehrlich antworten und ich meine das ernst weil wir haben hier ein ernstes problem okay und dieses problem ist bist du im besitz von irgendjemanden der dich kontrolliert 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 nicht irgendjemand also wenn dann weiß ich nicht nicht so weit nicht weiß ganz kurz kriegst du nachrichten wie heilige aus den stream raus hey kommt wieder hier rein hey komm jetzt so habe ich eine empfehlung von manchen aber jetzt mit als drohung beziehungsweise als so würde ich mit fast den höchsten so als art wie empfehlung oder oder so würde ich es eher liegen vielleicht und ich sag dir heute und wahrscheinlich wird es das letzte gespräch sein ich bin nur ehrlich zu dir weil dann ist das so und das akzeptiere ich auch ich meine das nicht böse sondern lass dich nicht manipulieren und ich habe das gefühl du lässt dich beeinflussen von gewissen menschen die du bist du selber hast dein willen du selber kann entscheiden was du machen möchtest lass dich nicht manipulieren ich ist es läuft besser aber es ist wahrscheinlich schon nicht so wie du dir das wünschen würdest das wahrscheinlich die wahrheit ja aber was was möchtest du denn wissen gibt es etwas was dich zum zweifeln bringt oder bei was meinst du du bist du nix also oder zumindest nichts neues aber das zählt jetzt nicht mal ich hab's ja noch mal angekommen dann zählen die vorliegen argumente nicht mehr sage ich mal das war beim ersten mal was es dazu gezählt hat jetzt zählt das nicht mehr also diese dinge wie wie kann jesus gott und mensch zugleich sein das zählt jetzt nicht mehr weil weil die also das ist es nicht was mich zum also natürlich habe ich vielleicht wenn ich nur mit dem verstand gezweifeln wie passt das zusammen aber ich lege einfach mein vertrauen rein dass es die wahrheit ist ich lege einfach mein vertrauen rein nicht kann ich dir das erklären kannst du machen natürlich ok also du hast gefragt warum jesus gottes und gleichzeitig mensch ist richtig zum beispiel ja ich muss dir keine fragen stellen weil wenn ich dir jetzt fragen stellen würde würdest du keine antworten finden da bin ich fest davon überzeugt ich mache das jetzt schon seit acht monaten ich weiß ganz genau was wir fragen stellen muss um herauszufinden ob diese person wirklich den wahrhaftigen gott haben oder nicht und da habe ich wirklich gewisse fragen die ich dann stelle und wenn ich weiß dass die person nicht darauf antworten kann dann hat er eigentlich schon verfehlt ja generell hat diese ideologie verfehlt eigentlich in vielen punkten aber wir gehen jetzt mal einfach mal darauf ein ja du sagst jetzt wie kann ein gott mensch werden also ich frage dich mal liebt dich liebt dich gott ich gehe mal von aus wissen kann ich es nicht aber ich vermute mal laut christlicher lehre so wie ich es verstanden habe ja ja lass laut islamische lehre sei es auch nicht laut christlicher lehrer habe ich gesagt laut christlich denke ich mal ja okay würde gott für dich alles tun weiß ich nicht ich sage ja und weißt warum weil er liebt dich und weißt du warum ich kann dir das sagen er möchte mit dir im paradies eine gemeinsamkeit haben richtig und ich denke mal ja 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 das glaube ich ja dankeschön so das heißt also was tut er er möchte die sünden die du hast auf sich nehmen weil würde er die christian herz bruder würde er die sünden nicht auf sich nehmen ja denn wärst du auf ewigkeiten verdammt das heißt also du könntest mit und deswegen hat der vater den sohn gesandt gott ist nicht gestorben denn gott lebt auf ewigkeit zur ewigkeit ja denn wenn der vater wenn der vater den sohn macht gegeben hat über himmel und erde ja so wissen wir ganz genau dass jesus wer ist auch gott ist ja ja mal nur ein gott kann tote lebendig machen das darfst du nicht vergessen hat hat mohammed tote auferweckt ja oder nein nicht so weit ich war also absolut wissen kann ich nichts aber zumindest das was ich gelesen gehört habe nein dankeschön also wissen wir ganz genau dass jesus christus gott ist so wenn ich dich jetzt frage und die aus was besteht der in ein körper körper seile körper geist und auf das was ich schwöre aber wer weiß noch auf was ich geschworen habe wenn das irgendjemand in kommentaren schreiben wird ich habe alles gut und fast alle bin ich das wird eh keiner an den kommentaren wissen ich habe schon ein paar mal gesagt und ich schwöre auf meine aber das das gibt es doch nicht woher weisen du das körper körper seele geist und wenn wir jetzt wenn wir jetzt über den heiligen geist sprechen ja vater sohn heiliger geist sind eins du denkst jetzt wahrscheinlich hey wir beten drei götter an habe ich recht das hat man dir so beigebracht dass die christen oder hey hör mal zu die christen wenn wir so kritisch von kritikern wenn ich was schon gesagt worden ja ja wie siehst du und das stimmt aber nicht denn wir beten immer noch einen einzigen gott an ja es ist eine definition von trinität drei in einem so wie du wenn ich dich jetzt frage olli bist du dreimal oder bist du einmal ich denke ich bin einmal also und so ist es auch mit der trinität aber ich würde das mal an patrick übergeben patrick möchte dir was sagen gerne sagt patrick dann bin ich gleich noch mal da ja olli sei gegrüßt ja ja ich war doch vor einer woche in einem stream da hatten wir hitzige debatte mit muslimen und ich habe diesen muslimen bewiesen und belegt dass wir den dreieinen gott haben ich bin gekommen mit barmherzigkeit und gerechtigkeit beides zusammen er fand da nichts es kamen noch brüder die haben das bestätigt lieber olli und lieber olli ich möchte ich fragen schau mal ich verfolge dich auch ein bisschen lieber olli schau mal seit zwei drei wochen olli schau mal jesus ist gott jesus ist liebe warum springst du wie in jesaja warum hinkt ihr links und warum hinkt ihr rechts warum ist nicht den geraden weg warum entscheidest du dich nicht warum lässt du diesen weißt du wo du diesen bruder hineingelassen hast der liberale christ der mich angegriffen hat wegen alias mann weißt du noch ja der hat der teufel geschickt der wollte mich an meine vergangenheit erinnern damit mein wort kein gewicht mehr hat weißt du noch er kam mit alias mann mit mit ganz dunklen finsteren menschen die in ganz dunklen ecken sind wo der mord wo die mutteren ich sage ich noch mal tut mir leid ich jetzt ich patrick hat er wird er wird von diesen leuten kontrolliert das merkt man ich finde das schade ja ja aber ich war im stream drehen das war flex es war vor einer woche wir hatten hitzige diskussion ich hatte brüder die mich unterstützt haben da war waren viele moslemen mit drin und ich habe die moslemen widerlegt mit den brüdern die haben mich unterstützt und dann kam so ein falscher christ ich weiß nicht wie er hieß ist auch gut so der kam und dann kam er mit liberal weißt du freiheitlich die bibel sagt doch nicht so nicht so und dann ja da zu mir und dann greift er mich mit meiner vergangenheit an weißt du richtig weil du weißt du wie der teufel er kommt damit der bahn aber ja die geschichte habe ich jetzt mal ganz schleichend mal mitbekommen was haben die denn getan oder haben da hatte ich jemand angegriffen also so habe ich das jetzt mitbekommen ja es war so ich war ja auf youtube sehr erfolgreich ich habe mcm und nature 23 widerlegt ich habe ihnen wirklich eingeheizt ich habe auch diesen hibberus bewegungen widerlegt und die haben mich schlussendlich dann den beschluss getroffen mich zu töten weil es gab gemäss dem wort gottes nichts mehr was sie dagegen stellen konnten und dann haben sie jemand geschickt zu mich einfach töten damit ich ruhig bin und das ging dann in die rocker zähne das ging dann ganz tief rein und ich bin dann in eine sache hinein gerutscht die niemand erleben möchte das war wirklich schlimm also ich wäre vor fünf sechs also sieben jahre ich war tot gewesen aber das schöne war ja bevor ich ich habe ja mein tod gesehen ja ich konnte mich ja nicht mehr wehren ich war ja voller blut ich habe nur noch das messer auf mein herz gesehen und zu diesem zeitpunkt wo ich wusste jetzt sterbe ich weil du kannst nichts mehr machen wenn du keine kraft hast bei mir mehr trinken wenn du nicht mehr schwimmen kannst dann war es das für dich ja und wo ich dann gemerkt habe diesen sekunden jetzt kommt der tod das messer kommt in mein herz da war ich habe jesus nicht gesehen bitte mich nicht falsch verstehen ich habe jesus nicht gesehen aber er stand neben mir und ich habe alles in zeitgruppe gesehen es war alles friede es war es ruhig und dann hat gott hinter mir die tür aufgetan also der sticht in mein herz er wollte in mein herz stechen ich fliege hinten geht die tür auf und ich fliege hinten durch die tür in den eingang sonst wäre ich tot gewesen das war krass ja das war wenn du apologetik betreibst wenn du wenn du wenn du standhaft bist wenn du diesen ihr lehrern widerstrebt wenn du wenn du den dreieinen gott bekräftigst wenn du dran bleibst und diese leute drehen durch diese ihr lehrer diese fehlgeleiteten muslime und 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 das ist mir leider passiert und dieser bruder also für mich ist er kein bruder wo ich den oliver darauf hinweisen wollte wir haben den dreiellen gott jesus liebt dich entscheide dich dann kommt er mit meiner vergangenheit und dann ist immer klar der teufel kommt immer mit der vergangenheit richtig 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 wow krasse geschichte ollie ich bin so stolz darauf dass du hier bist und dass du lebst ich meine das ernst patrick ja das ganze sind von meiner familie passiert was sehr schlimm war meine frau ich war neben mir mein kleiner sohn war neben mir meine tochter und das hat mich sehr verfolgt welcher mensch macht so was da muss er wirklich abgrundtief böse sein das hat mich sehr verfolgt und ich hatte ja nach kontakt mit satudara ich hatte kontakt mit den hells angels ich hatte kontakt mit black irgendwie helfen können also wenn ich jetzt sollen ali osmann anschaue ali hat sich eingesetzt für meine sache und ich möchte ali osmann nicht schönreden ali osmann hat seinen weg gewählt den geht ja sie konnten mir helfen sie konnten mir helfen in bezug darauf was alles passiert ist damit der täter der das gemacht hat und der auftraggeber irgendwann so gott möchte mal gefasst wird und zur rechenschaft gezogen wird ja krass krasse geschichte krasse geschichte ja ich meine gott sei dank bist du hier patrick also weil du bist ein sehr sehr entspannter mensch und ich glaube so ein bruder zu verlieren das wäre sehr sehr traurig und ich bin heute sehr froh dass du hier bist und dass wir zusammen apologetik betreiben können und das wort gottes sprechen einfach nur zusammen gemeinsam das finde ich mega mega schön ja weißt du ich bereue so vieles flex weißt du ich war vor sieben jahren auf youtube ich hatte so viele abonnenten die sie haben mir zugehört und ich habe auch viele fehler gemacht flex weißt du ich war naiv ich ach weißt du und weißt du ich bereue das so sehr dass das mit mir passiert ist weil der teufel hat mein wort der hat mich frontal angegriffen ich habe mit dem nicht gerechnet flex ich wusste der teufel gibt es ich habe wirklich fest gedacht der werde mich nie angreifen verstehst du ich war noch nicht sicher in der bibel ich habe gedacht er wird mich nicht angreifen das kann ich mir gut er konnte mich nicht töten er wollte mich töten ja das hat jesus unser herr verhindert aber hat großen schaden angerichtet was zum beispiel meine familie betrifft oder was mein ruf betrifft und die versuche jetzt wieder auf in der gemeinde was so wie viele leute sind in meiner gemeinde gegangen wo sie das gehört haben was denn heute mal umbringen was wie war dann haben sie alle wörter verdreht der teufel hat richtig geschaut und die versuche jetzt wieder hineinzukommen auf tik tok auf youtube um wieder apologetik zu betreiben und was mir ein großes anliegen ist meine brüder zu helfen wenn jemand eine frage stellt sei es ein nichtgläubiger und so weiter ihnen zu helfen weiß und dann verschwinde ich wieder in der im hintergrund verstehst du das das mache ich so ja aber ich finde das ich finde das auch sehr krass wir christen sind wirklich die meistverfolgte religion also generell wir das merke ich auch das merke ich auch wie sehr gern sie mich auch hätten aber ich sage es mal so mit die kraft gottes ja weiß ich ganz genau dass ich mich wehren kann und ich werde niemals drohen aber ich werde mich auf jeden fall wehren wenn es dazu kommt und wenn es so weit kommen sollte ja werde ich mich richtig stark dagegen werden aber ansonsten drohen oder jemanden keine ahnung etwas zu sagen das würde ich niemals tun aber wehren würde ich mich auf jeden fall ja und ich glaube ich glaube ich glaube uns ist es sogar auch erlaubt uns zu wehren soweit wie ich weiß aber patrick bitte korrigiert korrigiert korrigiere mich wenn ich falsch liege entschuldige es dauert noch etwas weil ich gerade sachen am packen bin weil ich nur saabbrückenfahrt deswegen ich gibt mir 15 minuten da kann ich noch mal besser sprechen ich schwöre ich bin dann da wenn ich kann wenn es mir bewusst ist was ja normal so sein muss eigentlich ich schwöre auf meine seele ich bin dann da bis gleich alles alles gut ja alles gut okay patrick jetzt aber man soll nicht schwören genau jetzt patrick also wenn nicht der staat oder die polizei uns nimmt ja beim staat und polizei müssen wir uns fügen da müssen wir uns verhaften lassen abführen lassen aber wenn jemand fremdes uns ums leben trachtet haben wir das recht uns zu verteidigen um unser leben genau das sei das mit waffen sei das mit faust oder so dass das ist das sagt auch die bibel und ich wollte mich ich hatte noch die bibel in der hand du musst dir vorstellen der kommt von hinten und schlägt mir mit dem schlagstock auf den kopf ich hatte noch die bibel in der hand während das ganze und ich denke noch wie konnte der mir oft auf den kopf schlagen dann sind dann ein bisschen weg ja ja um uns da wunderst du dich dass wir christen uns werden können am liebsten sollen wir noch die andere backe daneben halten dass sie noch weiter schlagen könnte oder so nein mein freund wenn du kommst dann werde ich mich werden mein freund aber sowas von mein freund wenn du wüsstest da freue ich mich schon okay man soll man soll das jetzt natürlich nicht provozieren aber ich meine nur ja so wir haben das recht wenn wenn ein dieb oder ein bandit oder ein gangster kommt und dir nach dem leben trachtet auch als christ hast du 100 prozent das recht gemäss der bibel dein leben zu verteidigen ja und das ist wichtig aber wenn die polizei kommt der staatsanwalt dann musst du dich wieso wie es paulus auch sagt verhaften lassen der oberigkeit sind wir unterstellt also das heißt wenn der stark kommt sich verhaftet dann musst du einfach darfst du nichts machen aber wenn jetzt so ein moslem kommt der denkt er möchte tiktok sportlich dich mal irgendwie an nackenschlag geben ja dann darfst du dich verteidigen ja aber diese menschen in in diesen ganz dunklen das muss ich vorstellen an ali osman satudara ex präsident für das satudara hells angels black angels und und was alles noch gibt schau mal das sind ganz menschen die hinter richtig hinterlistig sind die die eine falle stellen und die mit waffen kommen ja und was ja auch ali osman gesagt hat er hat den fall analysiert darum bin ich auch zu ali osman gekommen weil aus ali osman kommt er aus diesem sektor er weiß wie wie das böse funktioniert ja ich war nicht aber weißt du was ich finde patrick guck mal wir sind in deutschland guck mal wie weit wir gekommen sind dass wir uns gegen solche heidenvölker da müssen wir uns sogar bewaffneten teils dass wenn wir keine ahnung apologetik betreiben dass falls sie uns angreifen dass wir sofort ziehen müssen und abdrücken müssen weil wir uns verteidigen müssen es ist einfach so so hart das klingt also ich meine wenn es bei mir passiert ich hätte keine andere wahl also patrick korrigiere mich bitte um um himmels willen korrigiere mich da bitte ja ja wir haben keine andere wahl wir müssen auch auf der hut sein darum sagt der herr jesus christus auch seit schlau wie schlangen und treu wie tauben werden wir müssen auf der hut sein du weißt nie wann der teufel einen menschen schickt einen indoktrinierten menschen der zahl ideologie hat deren auftrag bekommen hat die ich so zu schädigen weil du einfach weil dein wort mein wort hatte so ein großes gewicht nicht wegen mir flex sondern weil gott das wollte gott wollte mcm mundtot machen habe ich geschafft gott wollte nature 23 mundtot machen das habe ich geschafft mtm ist doch diese endzeit reporter oder ja 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 der 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 mit dem hatte ich einen riesen krieg spricht doch über die bibel und so soweit wie ich weiß ja der endzeit reporter das ist ein götzendiener ja er sagte gott daher der herr gott ist gott und jesus unter gott er glaubt an zwei götter aber ich habe ab und zu mal immer wieder mal seine seine videos angeguckt und ich habe mir gedacht so irgendwie also ich habe gemerkt das stimmt was nicht aber gut ich habe jetzt seine videos nicht so oft angeguckt aber ja krass krass ist einer von den größten ihr lehren den es gibt und den habe ich ins visier genommen und damals war der mcm mit nature 23 noch gut nach diesen vorwürfen nature 23 exorzismus und frauen ja das was man so jemand der über gott spricht schickt killer nur um dich zu krass ja gut ich weiß nicht ob er es war man weiß jetzt noch nicht man geht davon aus aber ja es war jemand der nicht an den drei einen gott glaubt der wollte mich töten gnadenlos wahnsinn 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 und hätten sie keinen amateur geschickt hätten sie im profi geschickt und zum beispiel ich sage jetzt tik tok sportlich und sagt du da wäre es von satudara kommen der helse hinschuss dann wäre ich tot weil er kommt nicht mit einem schlagstoff pfefferspray und messer der kommt mit der pistole macht einen schuss und bist du weg das war ein amateur ja also wenn ein profi gekommen wäre wäre ich jetzt nicht hier das erinnert mich in der zeit wo ich ein bisschen böse unterwegs war bezug zu den ganzen darknet geschichten das weiß ich noch also das ist echt ja kommt ein amateur klappt das nicht aber kommt ein profi dann sieht die sache natürlich ein bisschen anders aus ja da gebe ich dir sogar vollkommen recht es ist einfach so weil ein profi profi möchte kann kampf haben ein profi kommt und in einer minute oder 30 sekunden ist die sache erledigt der schießt ihren kopf geht wieder weg also ein profi der ist ausgerüstet der will ihnen keinen kampf mit mir ich könnte die dna von ihm nehmen ich könnte die maske runterreißen ich könnte sonst was haben von ihm und ein profi kommt da schießt sie von hinten in den kopf und das war's ja genau genau da muss ja 30 sekunden ist sogar ehrlich gesagt sogar viel zu lang das geht eigentlich schnell weißt du flex wenn ich das noch schnell darfst du auch sagen ich leute so seit jahren weißt du ich manchmal komme mir vor als hätte man mir das wort weggenommen weißt du und und die leute fragen mich was denn da passiert und dann kommt wieder so bei oliver dieser diese fasse wie dieser christ heißt er hat mich so der hat mich wirklich ins mag erschüttert weißt du und ich bin ja nicht gekommen ich fand das sehen ich bin mit dem wort gottes kommen mit der bibel ja und er kommt ja du mit ali osman was bist du für ein schlechter mensch und ich habe ihnen gesagt schau mal ali osman wandelt in der finsternis das gebe ich zu aber jesus liebt auch ihn richtig ja und alle rocker oder die in der finsternis leben jesus gesagt ich bin nicht gekommen für die gesunden sondern für die kranken ja und 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 das sind immer menschen die mich dann daran erinnern die mich aus aus dem wort bringen und ich habe so viel verloren und ich versuche jetzt alles wieder aufzubauen weißt du ja das kriegst du das kriegst du hin patrick ne ich meine guck mal wir haben eine sehr sehr schöne community und ich bin sehr sehr froh dass du zu diesem stream gefunden hast und dass wir gemeinsam apologetik betreiben können dass wir über das wort gottes sprechen können und du kannst immer hier reinkommen patrick ist es egal wann ja wenn ich streame sofort da kannst du mich jederzeit da korrigieren wenn ich über das wort gottes spreche und wenn du merkst okay ups der bruder hat einen kleinen fehler gemacht oder so du kannst mich immer wieder korrigieren wie es ist ja immer gut wenn wir voneinander lernen und genau das ist ganz ganz wichtig finde ich meiner meinung nach und ja auch ja ich bin auch gern bei dir drin weil ich merke das bringt frucht ja wir haben jetzt ist ein moslem der sucht wo das bringt ihr frucht weil wir haben hier nicht katholiken orthodoxe irgendwas hier schlag uns alle die zähne ein sondern wir haben ein ziel wir wissen dass der islam falsch ist gegen die sich wir kämpfen und jetzt hat gerade jemand geschrieben wegen israel ich kenne israel er war vorher christ hat sie gerne geführt und jetzt ist er zum islam kommentiert und genau dieser israel weiß viel über den anschlag über mich darum ist er letztes mal nicht bei dir reingekommen weil ich drin war weil sobald dann wäre der krieg ausgebrochen also ich habe mir überlegt du hast ja gesagt israel kommen rauf dann habe ich gedacht wenn er raufkommt normal redet aber sobald darüber meine falls meinst du aber dass er den fall kennt das wundert mich jetzt erkennt er kennt den mann der den auftrag gegeben hat mich zu töten deswegen hat er mich letztens mal gefragt ja patrick aus welcher stadt kommst du siehst du aha ich verstehe einiges ergibt sinn deswegen hast du mich gefragt aus welcher stadt ich komme aha aber aber jetzt weiß ich bescheid jetzt weiß nicht bescheid alles klar patrick danke für die info sehr gut sehr jetzt weiß ich bescheid das ist das ist das was sie immer abschütteln will da habe ich mir gesagt schau mal ich eifere gott abgewandert ja ja und da sind auch viele andere sachen was er getan einiges ergibt sinn jetzt ergibt einiges sinn nico ich küsse dein herz bruder ich weiß bescheid jetzt weiß ich bescheid deswegen hat er mich auf krampf gefragt flex aus welcher stadt kommst du und ich habe es ihnen einfach gesagt ihr sei ja 53 bruder ich küsse dein herz aufpassen aufpassen jetzt weiß ich bescheid aha weil die haben mich auch abgefangen ich habe ja nicht auch irgendwo auf youtube gepostet wo ich wohne die gehen ja alles pionieren wo wohnst du wo bewegst du dich wo kommst du her wann ist es dunkel und dann kommen sie die kommen nicht wenn es taglicht ist die kommen ins dunkel ist und die kennen aber aber danke danke für die info jetzt weiß ich was mich zu handeln ab jetzt weiß ich bescheid alles klar weil der kerne hat mich gefragt also das war vor ein paar monaten dann habe ich ihn einfach die stadt genannt weil ich mir gedacht dazu ich denke mir nichts dabei hatte gesagt in welcher stadt wohnst du dann habe ich das gesagt und der so ah dann ist es zu weit aber jetzt weiß ich bescheid naja naja du kleiner schlingel du es ist immer so der teufel sobald du auf tik tok ich meine armee arabuhr wollte man ja auch töten ja also tiktok sprich ja ich bin nicht mit allem einverstanden was amir macht ja und ich kenne amir auch der hat mich damals in meinem fall nicht unterstützt leider der bruder vielleicht fängt er heute anders da bin ich mir nicht so gut verbrüht er war ja am zweiten verhandlungstag in düsseldorf und haben ja nicht die ja die bruder hand gegeben ja aber schau mal es ist einfach so verstehst du es ist so dass der teufel will uns sobald du erfolgreich bist sobald du auf tik tok 10 ich übertreibe jetzt wenn du jetzt so drei vierhunderttausend likes hast und 7 6 7 800 900 zuschauer dann wirst du zum ziel glauben ja dann links und rechts schauen weil jesus sagt es auch verstehst du und sobald du die wahrheit sagst bei 900.000 zuschauer da bist du ein ziel für den satan und dann kommt auf die mit allem was er hat aber das gute daran ist ich habe immer noch meine alte denkweise noch von früher deswegen ich denke alles gut aber ich weiß jetzt wie ich handeln muss genau genau ja ich habe ich habe wie gesagt immer noch diese also ich bin wirklich sehr sehr fest mit dem herrn gar keine frage ich bin wirklich mit dem herrn sehr sehr fest aber meine alte denkensweise die ich davor hatte die werde ich niemals ablegen ja also die liebe zum herrn habe ich immer werde ich immer haben aber durch diese arbeit darf ich meine alte denkweise nicht ablegen also die werde ich immer wahrscheinlich haben aber jetzt weiß ich ganz genau wo der braten stinkt jetzt weiß ich bescheid alles klar genau und ich vergessen du darfst du doch verteidigen jemand dein leben nehmen will darfst du dich verteidigen solange sich die polizei oder der staatsanwalt ist wenn jemand kommt und ich sage jedem christ der hier auf tik tok oder youtube ein bisschen bekannt wird pass auf pass auf es kommt vielleicht die stunde oder der tag wo man dann denkt du bist zu gefährlich nicht weil mir etwas besonderes sind sondern weil wir aus dem also das wird sich das wird sich so an wie sofort drauf gehen ja 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 wir lesen aus der bibel sie kommen sie stellen uns fragen wir widerlegen sie mit dem wort gottes dass das 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 macht der teufel aber aber ich denke ich denke das ist nicht so gesund wenn ich weiß dass ich machen kann was ich will wenn man mich angreift ich denke das ist nicht so gut patrick das ist mir jetzt bestätigt dass das ist nicht gut dass es mir bestätigt dass gerade ja 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 also also wir dürfen uns selbst verteidigen das ist wichtig also wenn jemand kommt mit messer schlagstock spray oder er will dir irgendwie ins gesicht lang dann hast du als christ das recht dein leben zu verteidigen ja ja hast du dann wirklich das steht in der bibel und 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 das ist wirklich wichtig und das sagen die anderen auch mal wissen die muslime oder anders gläubigen das ist nicht so einfach ja also man kann nicht bei jedem vorbeikommen und denken so jetzt ist man gebe ich ihnen aber aber tatsächlich aber tatsächlich patrick wenn ich dir etwas sagen darf die meisten von denen also bruder fragte ich hatte jetzt auch schon was gesagt die meisten von denen die jetzt anonym sagen wir mal unterwegs sind von denen habe ich tatsächlich die bilder von der familie und die die also von von die meisten eigentlich also ich habe da jemanden sogar wo ich tatsächlich ein bild von ihnen habe und er hat damit gar nicht gerechnet und er hat dann auch sich verabschiedet dann vom 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 tik tok wird tatsächlich genau genau es geht schnell weil ich habe tatsächlich einige gesichter von denen auch die meisten von den die stream also die meisten von denen die das stream nie ihre gesichter zeigen tatsächlich habe ich ihre identität also von nicht alle das sind wirklich so ein zwei von denen da ist gerade echt schwer wenn ich ganz ehrlich bin aber von die meisten habe ich tatsächlich die identität darum zum beispiel der ich bin oder der panischer oder hob die versuchen alles damit ihre identität geschützt wird weil genau das sind wieder menschen die gefährdet sind durch diese leute die versuchen der identität ja also was ich ein bisschen schade findet der da sind einige die schon gefährdet sind jetzt schon wenn ich ehrlich bin also ich habe tatsächlich gewisse dinge gesehen wo ich schockiert war wo ich gesagt habe so um diese leute sollten am liebsten gar nicht mehr stream also guck mal eine sache dürfen wir aber nicht vergessen patrick eigentlich haben wir nichts zu befürchten und ich kann dir auch sagen warum wenn wir apologetik betreiben weder beleidigen wir noch weder beleidigen wir ihre mütter weder beleidigen wir die ideologie sondern wir zitieren nur aus den schriften also brauchen wir eigentlich gar nicht schlechtes gewissen haben dass irgendjemand kommt aber wenn es das könnte dann habe ich wahrscheinlich auch keine andere wahl ja dann ist es eben halt so nur richtig ich sag die bibel gottes wort ist so stark und vollkommen das wirkt so wir merken das manchmal nicht wenn er moslem reinkommen sagt wo steht das und das ist dann lesen wir nur den bibelvers der ist so voller kraft dass der total total schaden ist und darum wechseln sie immer das thema und da kommen mit rhetorik und und dann gibt es eben menschen die sind so voller hass tik tok sportlicher denken der habe ich jetzt und dann schickt der teufel diese leute und nicht bei jedem natürlich aber nur bei denen die gewicht haben verstehst du zum beispiel eine violetta ja sie hat jetzt ein bisschen versucht ein bisschen herunterzufahren auch violetta muss schauen was sie waren den kundgebung von sturzenberger war sie dabei ja das sind alles sachen wo man oder der ihr von piercy ja der wollte ich ja auch schon mal waren der hat mich nicht so lieb ich habe ihm einfach gesagt schau mal wenn du so fluchst und so dann gibst du jesus christus nicht nach also wieder später spiegst du ihn nicht ja richtig und das sind dann menschen die sehr in eine bahn fahren wo du weißt nicht was morgen übermorgen ist schon genau weil das das wollte ich ich will ich will auch sehr sehr gerne mit den irfan pc auch reden warum ich möchte ihn einfach nur so von meiner sicht auch ein ein sozusagen ein ein liebesbrief geben ein liebesbrief meine ich damit ihnen sagen hey hör mal zu egal was du machst bitte beleidige nicht geht die sache mit liebe an weil das ding ist der herr jesus christus als er in dieser wüste war und als der satan versucht hat ihn zu verfügen egal in welcher jegliche art egal was hat der satan ist nicht geschafft er hat es einfach nicht geschafft ja und so sollen die auch bei uns keine fehler finden genau ich war ja bei ihr von piercy pcs gibt ja noch ein youtube video wo ich drauf war und ich wollte ihn als bruder ich habe mich als bruder identifiziert ich habe ihm gesagt schau mal dass genau das was du gesagt hast und er hat mich angegriffen und das hat mich ein bisschen schade gefunden als ich wollte seine arbeit auf keinen weg irgendwie runterspielen ich habe nur gesagt wenn wenn tiktok sportlich die kanacken reden und du auch wie ein kanacke redest wo redet dann jesus so sieht es aus jesus der hat ich habe gesagt du hast 1000 zuschauer in einem stream wie viele menschen kannst du mit der liebe gottes erreichen indem du dich nicht provozieren lässt von diesen tiktok sportlich kanacken ja meine meinung nach und du könntest so viel frucht bringen und das ist bei ihm eben nicht der fall also da wirst du auf beton beton fliegen glauben ja absolut 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 aber das ist ja es ist es ist ja deswegen ich würde es mir wünschen schon mit ihr von petzi zu reden ich weiß nur nicht wann er keine ahnung die zeit hätte dass ich mal mit ihm einfach mal so das gespräch suchen kann keine ahnung ich versuche natürlich mein bestes falls sie die nachricht sieht dann sehr gut und dann hat auch ja also darum hat auch abdul memra mein bruder im herrn es geschafft mit ihr von petzi ein dreistündigen stream zu machen und abdul memra ist absolut mein bruder da habe ich hohen respekt vor ihm ich mag ihn sehr abdul memra und er hat sich wirklich die mühe gemacht das hätte er nicht müssen ja abdul memra hat das nicht nötig da muss ich nicht irgendwo zeigen aber es extra in den stream von ihrem pc gekommen und hat dort den gott wirklich bekräftigt und das war ein guter stream ja von abdul memra und so soll es sein wahnsinn 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 ich bin halt ich bin halt nur ein bisschen ehrlich gesagt geschockt dass wir ich muss noch mal zurück zu diesem thema ich bin nur etwas geschockt patrick dass wir hier in deutschland sind und wir müssen auf der hut sein überlegt mal in einem friedlichen land wo friedliche menschen eigentlich leben sollten weil wir hier alles bekommen ein land was wir schätzen müssen eigentlich ja und uns sauber verhalten müssen wir als christen werden in ein christliches land bestraft nur weil wir apologetik betreiben überlegt mal wie krankhaft das ist patrick normal normalerweise müssen wir christen eine direkte sanktion für gewisse ideologien wo wir sagen hey hör mal zu willst du dich ab mit dir one way ticket ab weg mit dir ist einfach so ja genau was weißt du was weil warum müssen wir hier als christen und sie verstecken sagen wo leben wir hier das geht nicht das funktioniert einfach nicht überlegt mal patrick wenn wir in den arabischen ländern gehen und wehe du redest hier über jesus christus und heiliger geist und sohn gottes und 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 oh mein gott was sie mit dir machen was die mit dir in saudi arabien machen aber wehe und wehe du konvertierst jemanden in der öffentlichkeit oh mein gott aber dann hagelt es ordentlich aber sowas von aber dann kommen sie wieder rundherum hier her und denken die können hier machen und tun was sie wollen also irgendwo ist die grenze das geht nicht also ich selber habe so den hals voll dass wenn ich gewisse menschen sehe schon mit so einer also ich bin immer noch ich bin locker drauf aber das geht einfach nicht so ich kann das nicht akzeptieren das geht einfach nicht also entweder du passt dich in deutschland an entweder du passt dich hier in deutschland an oder ja buch dir dein one way ticket und ab mit dir hau ab verschwinde einfach führe diese ideologie woanders aus aber nicht hier es ist nicht mal böse gemeint wenn jeder kommt und meint der will seine ideologie ausleben beten hey macht das das ist doch gar kein problem keiner sagt was aber wenn du versuchst christen in einem christlichen land anzugreifen wehzutun die bürger auch noch zu verletzen alter aber dann muss was passieren ganz ehrlich das geht nicht ja richtig ich war ja gestern noch in einem jüdischen stream wo es gegangen ist und palästina ja und da hat ein jude gesagt und das vergesse ich nicht mehr hat er hat wirklich aus aus dem herzen geht er sagt schau mal sei dankbar dass ich nicht netanjahu bin denn ich werde euch hätte euch kein paket geschickt keine medikamente nichts hätte ich euch geschickt bis ihr alle geistern ausgelassen habt und so sehen wir auch wie die ideologie des islam tiktok sportlich meiner meinung diese ideologie ist einfach vom teufel tiktok sportlich meiner meinung nach ja und diese leute ticken so und sie denken es steht auch in der bibel sie denken gott einen gefallen zu machen wenn sie uns töten absolut das ist wahnsinnig du wusstest du ich habe heute war ich am meisten schockiert du patrick ich sagte ganz ehrlich ich war in zure 9 vers 111 und dann habe ich mir den tafsir dazu mal durchgelesen das sind gültige verse und dann kommen aber sie und sagen nein 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 das gilt in der kriegszeit aber in den tafsir wenn du den tafsir lesen tust ja das ist ein gültiger vers die dürfen uns tiktok sportlich eine nackentherapie verpassen die dürfen das ja genau das ist so und dann und dann sagen die aber du hast keine ahnung du bist ein jahill nein das stimmt nicht das geht das ist in der kriegszeit so aber wenn du in den tafsir geht das wusste ich gar nicht ja dass diese tax ihre diese erklärungen das noch mal deutlich ist ja dann gehe ich in den tafsir schau den tafsir an und da lief es mir die kinnlade runter habe ich mir gedacht so nein ernsthaft das sind gültige verse die verneinen es aber die sagen nein das sind aber gültige verse und deswegen finde ich ja diesen stream hier äußerst wichtig um alle brüder und geschwister zusammenzuführen dass wir als christen uns verteidigen müssen wir müssen uns gegenseitig unterstützen wir dürfen nicht weg gucken wir müssen gemeinsam halten es ist egal wer leute wir sind in christus und nicht wir gucken weg ein bruder christus weil wenn es hart auf hart kommt die verteidigen sich gegenseitig patrick aber wir als christen haben schon irgendwo verfehlt warum wir halten nicht zusammen und das ist unser fehler genau ja haben wir ein bruder in christus ganz kurz patrick gleich gleich kannst du dein wort rauslassen würden wir so sein wie die sind wir mächtig aber sowas von da kann uns keiner das haar kümmern keiner die würden so respekt vor uns haben dass sie sagen oh gott nein nicht die christen schon wieder ja genau darum greift es auch seinen stream an weil wir ja hier alles bündeln ja ja ich sage ja immer schau mal wer katholik orthodox ist oder ob er jesuit ist ja oder was auch immer armenier wie auch immer aber wir müssen ja miteinander miteinander hier eine einheit stellen was dann schlussendlich jeder jeder in seiner rechtsbelehrung glaubt das können wir hinterher machen ja wohl nicht öffentlich ist aber wenn wir hier stärke zeigen dann sammeln wir uns und dann sind wir stark dann kommt ein katholik rein der bezeugt den dreieinen gott der orthodoxe wird auch den dreieinen gott bezeugen und so weiter und so fort und da sind wir immer stärker anstatt uns wegen kleinigkeiten auseinander zu reißen und das ist ja das was der islam möchte der lacht sich ja der lacht sich ja immer wieder einen runter und nimmt dann diese beispiel und sagt schau mal die orthodoxen die katholiken die freikirchler genau das ist es und das müssen wir wirklich verhindern ich sage nicht der lehre richtig zu man kann das hinter den kulissen miteinander besprechen dass wir 66 bücher haben sie haben halt bibel plus sondern vielleicht bibel minus das kann man im hintergrund besprechen ja aber wenn sie hier sind und bezeugen den herrn den drei einen gott dann sollen wir zusammenhalten und gegen den islam kämpfen tik tok sportlich nach meiner meinung ja absolut also was ich halt was ich halt auch wirklich sehr sehr schade finde was ich auch noch mal erwähnen muss unser fehler ist leute wir spalten uns zu sehr ja an die christen das ist ganz wichtig wir spalten uns zu sehr und deswegen haben diese leute ja patrick du weißt ja schon wie ich das meine diese leute wir wollen nicht respektlos sein wir bleiben respektvoll deswegen haben diese leute die möglichkeit unsere brüder und geschwister zu verführen und ich kann auch sagen warum sie das immer schaffen weil wir nicht zusammenhalten die bieten sich die leute raus so wie oliver zum beispiel ja genau die leute raus ja ah der ist doch sowieso alleine kommt den schnappen wir uns der band den schnappen wir uns die sind schon so weit die kommen schon so weit dass sie schon in den sport streams reingehen und schon schwarze brüder ja die aussehen wie ich ja zu verführen und zu kompetieren wo ich so denkst du alter lasst mal unsere black community in ruhe ja also soweit sind wir schon gekommen ja wo ich sag so also ich meine soll jeder machen was da will ist gar kein problem aber wenn eine ideologie so ausgelebt wird ja dass diese ideologie andere menschen gefährdet menschenleben gefährdet dann hat das nichts mehr mit gott zu tun das hat dann nichts mehr mit gott zu tun sondern das hat das ist pure satanismus dass du versuchst eine ideologie auszuleben und mit gewalt andere eine nackentherapie tik tok sportlich verpassen möchtest nur weil apologetik betreibt und über jesus christus spricht das ist doch guck mal wie weit wir gegangen wie weit wir gekommen sind dass wir uns sogar selber bewaffnen müssen ja irgendwo oder sagen wir mal verteidigen müssen nur weil wir wissen dass wir über herrn jesus christus sprechen dass irgendjemand um die ecke kommt und uns wehtun könnte und wir müssen uns ja irgendwo verteidigen ja mit dem leben müssen ja uns wehren ja klar wir wollen jetzt hier nicht sagen wir müssen uns bewaffnen oder so das ist das falsche wort aber wir müssen uns wehren und das ist schade ich habe ich habe gestern ein bruder der ich weiß nicht wieder heißt ich wollte ihm noch helfen weil er hat ein paar fragen gehabt ja ich wollte ihm helfen und gemerkt dass er muslime reingelassen hat die mit ihm richtig so der holik ums maul geschmiert haben weißt du ich bin ja lieber nicht lache und so und da habe ich schade gefunden ja dann kommen die muslime in diesen christens stream hinein und machen wieder einen auf wir sind doch lieb wir sind doch nett wir machen keine nackentherapie tik tok sportlich wir machen doch nix ja und das ist gefährlich dass man die an den christlichen stream lässt ja und es ist ja so dass der teufel will ja einzeln uns christen hinaus ziehen aus der gemeinschaft und nachher werte uns richtig zerfetzen ja wenn wir aus der herde gehen wird uns einzeln der mieter löwe er wird fressen bis er satt ist also die leute die leute die hier drin sind und sagen dass es weltliches denken es geht darum dass wir zusammenhalten müssen es geht hier nicht um weltliches denken es geht einfach darum wir müssen als christen zusammenhalten das ist die intention dahinter ja wir dürfen nicht wegschauen wir müssen als christen zusammenhalten ist ganz ganz wichtig leute es geht es geht hier nicht um wirklich und das ist unser problem gerade weil wir immer wegschauen es geht nicht leute es funktioniert auf dauer nicht das geht so nicht ihr müsst zusammenhalten das ist die intention dahinter einfach ja erklär dich zum ältesten fragte ich ja auch gut gefragt was ist maria anbetung und und so weiter klar ich habe auch ein video gegen die katholiken also gegen einfach ein lustiges video aber wir dürfen einfach nicht öffentlich in einem stream jetzt über orthodoxie über über katholiken reden wir müssen gott bekräftigen den dreieinen gott ja und wenn es dann wirklich ins detaill hinein gibt ob es 66 bücher sind oder noch zehn bücher mehr ob maria angebetet wird die heilige angebetet werden da müssen wir uns wenn wir einen bruder haben der das glaubt hinterher im mail drin in telefonieren skype wie auch immer mit ihm dann auseinandersetzen nicht öffentlich diesen fehler habe ich früher viel gemacht diese brüder ich nenne sie wirklich brüder weil sie an den dreieinen gott glauben ja selber wissen was sie noch dazu oder weg nehmen das ist mein problem aber sind brüder sie bekräftigen fahrt sohn und das geht es ja moment so jetzt genau da hast du vollkommen recht patrick absolut absolut die wahrheit oder herz erst mal gottes segen an alle ja wir sehen unseres herrn jesus christus sei mit euch allen armen ich hätte mal gern die bibelstelle ja von von bruder patrick wo er sagt selbstverteidigung ist als christ gegeben mehr nicht selbstverteidigung es geht darum dass wir uns wehren müssen wenn irgendwas ist aber die frage ist wie fleischlich oder geistlich also in mund oder in fäusten also noch mal bevor jesus gekreuzigt worden ist und das wurde es mit dem garten war gibt es eine bibelstelle wo gesagt hat zu verkaufen das und das so und so ich weiß gerade die bibelstelle nicht und kauft euch schwerter ja das heißt man darf nicht verteidigen aber man soll jemanden töten notwehr bedeutet nicht dass man jemanden tötet sondern kampf und fähig macht das ist damit gemeint so ja auch ich wusste dass die jüngeren bedrängnis kommen ganz einfach so ganz kurz alle alle bitte ganz kurz warten patrick bist du da patrick du hast die rechte jetzt über den ganzen channel hier also wenn es ungemütlich wird oder so den korrigierst die leute ich bin gleich wieder da patrick ok christian ja hier ist ja so der herr jesus christus sagt den jüngern hat euch etwas gefehlt wo ich euch losgesandt habt ja sagen sie in allem wir haben essen bekommen wir haben kleider bekommen wir haben alles bekommen aber nachher sagt aber jetzt sagt er jesus christus ihm ist die bibel lesen genau an dieser stelle wo jetzt das erwähnt worden ist jetzt sagt der herr jesus christus aber jetzt kauft euch schwert schwert und mantel und verkauft das weil jetzt wurde der messias verworfen das heißt wir haben durch diesen bibel vers haben wir das recht uns selbst zu verteidigen das heißt nicht jemand anderen zu töten tik tok sportlich sondern unser leben zu beschützen sei das mit gegenständen wir bedroht werden und so weiter und so fort das wollte ich noch was sagen also hier lesen wir das weil die zeit hat sich geändert der messias wurde verworfen aber er sagt nirgendwo in diesem vers dass wir uns damit selbst verteidigen er sagt denn nun sprach er zu ihnen aber jetzt war ein jetzt wer einen beutel hat der nehme ihn ebenso auch die tasche und wer es nicht hat der verkaufe seinen gewand und kaufe ein schwert denn ich sage euch auch dies muss noch an mir erfüllt werden was geschrieben steht und er ist unter den gesetzlosen gerechnet worden denn was von mir geschrieben steht das geht in erfüllung und dann heißt es in vers 38 sie sprachen her siehe hier sind zwei schwerter er aber sprach zu ihnen er aber dieses aber heißt jetzt widerlegt er das das war nicht richtig pass auf was sagt er es ist genug also es reicht ja wenn wir weiterlesen dann dann kommt das in gethsemane und danach wird jesus verhaftet und was passiert dann liebe geschwister jesus wird verhaftet petrus hat gesagt vorher ich werde mitkommen ja es ging ja da um jesus aber es geht ja auch um unser menschenleben was der herr über uns sagt wenn wir angegriffen werden dass wir uns wehren dürfen das darfst du nicht aber zwei schwerter für zwölf apostel plus jesus christus oder sagen wir mal jetzt nur für die zwölf apostel zwei schwerter reichen oder hat er damit gemeint das reicht jetzt was ihr da redet er hat zwei vergleiche genommen wo die zwei vergleiche wurde also das sehe ich leider als erlehre weil sonst hätte der herr jesus christus uns das genau so gesagt warte ich möchte schon eine sache zu patrick sagen also patrick was ich nicht richtig finde ist was du gesagt hast dass zum beispiel keine medikamente an gaza zum beispiel oder an palästina gegeben werden sollen keine hilfsbedürftige dass sie aussuchen lassen solltest das fand ich nicht richtig weil dort sterben viele umschuldige menschen die nichts dafür können so das musst du auch wissen weil es gibt es auch noch andere christ ein youtuber ja der ein christ ist und er hat sich dagegen ausgesprochen was israel aktuell macht so da musst du sehen dass gleichheitsverhältnisse ist nicht mehr gegeben so noch mal mal sagt okay die haben was am angegriffen klar war so so viele tote und dann wurde komplett gaza und palästina zerbomben sollen bei der bibel bleiben aber jetzt sagt ganz kurz nimmst mir nicht übel wir wollen nicht über krieg reden lass uns lass uns bei der bibel bleiben alles gut aber lass uns bei der bibel bleiben weil wir wollen ja wir reden ja gerade über das wären in der bibel und nicht über gaza palästina das ist wieder was er was ganz gesagt ich wollte bloß loswerden ja alles gut weil das die ecke das ist nicht mein fachgebiet generell im krieg ist nicht mein fachgebiet also christian ich beantworte ganz kurz die frage dann wechseln wieder das thema schau mal hat die hamas hat den krieg nicht berechnet die kosten des krieges nicht berechnet und die kosten des krieges gehen jetzt auf die palästinenser und die palästinenser haben die hamas gewählt da sind sie selber verantwortlich und darum bleibe ich bei der meinung dikos wortlich ich hätte gar nichts geschickt bevor nicht jeder einzelne geißel wieder in israel ist und auch die ton okay meine frage ist ist der tod oder krieg ist er von gott also ist er von menschen mag denn gott nicht dass jeder mensch zu jesus christus kommt und dass er errettet wird oder mag er das nicht sagen also das ist ja nicht böse gemeint ich habe dich ja hochgeholt ich habe kein problem mit dir aber manchmal zweifle ich ob du das will ich nicht sagen kommen das ist es egal ich zweifle manchmal ich kann ich kann dich nicht einschätzen ob du christlich bist oder ein moslem bist ich weiß es nicht schon mal du warst der der mit alias mann gekommen ist wo ich bei oliver drin war oder das war so weil ich diese verfolgen ist weil ich einige sachen weiß die ich aber jetzt nicht sagen möchte ich möchte auch nicht in einer art und weise belastende weil du hast meine aussage gemacht in ein interview vor gericht und auf einmal hast du dann wo ein gewisser typ ausgeraue wieder rausgekommen ist hast du auf einmal deine meinung geändert und das finde ich eine dann finde ich einfach komisch als wie gesagt dann finde ich sehr komisch da musst du noch mal deine interviews und was du auch über paar leute gesagt dass die ich auch selber privat kenne von eine von einem christlichen motorradverein da hast du ein paar personen angesprochen und ins sächliche gezogen du als christ ja der hier andere menschen als was weiß ich bezüglich der und das finde ich nicht in ordnung noch mal dir ist eine schlimme sache basiert dir ist der sache basiert die sehr schlimm ist das wünsche ich niemanden gott sei dank liebst du gott gott hat schützende hände darüber gehabt ja aber wie gesagt das warst du da machst du davon in der öffentlichkeit gemacht hast vor gericht da hast du ein interview gegeben und hast halt eine sache gesagt die so ist und auf einmal bist du komplett anders und du hast mit ali osman und mit attila ein paar sachen gemacht wo ich einfach sagt das geht nicht das geht einfach nicht tut mir leid das tut mir leid wenn ein mensch wirklich reue zeigt was dafür basiert ist ja wenn ein mensch wirklich reue zeigt und sagt mir ich habe das und das gemacht ja und sagt hey leute verzeiht mir was ich gemacht habe es tut mir leid die sachen die ich getan habe und da würde man eine veränderung merken auch wenn einer den selten film wie die ganzen jahre durchzieht dann wird er keine veränderung mag hat er keine veränderung tut mir leid dann macht er dieselbe scheiße weiter das musste sagen müssen alles gut alles gut christian auf jeden fall wie gesagt ich würde dann gerne weitermachen mit die wahrheit und 77 der bruder und wie gesagt ich wie gesagt ich bedanke mich trotzdem dass du da warst in gottsegen alle gesagt also wie gesagt also ich finde wie gesagt also wenn man gefrieden ist also wie ist er noch mal dieser eine der prediger der christliche youtuber marcus help kannst du dir mal marcus help flexer gibt immer marcus help ein berichtet auch über diese sachen auf youtube gibst du marcus help ein und da kannst du mal seine meinung zu diesem thema hören und wie gesagt ich bin selber christ meine familie sind christen ich habe christliche freunde und die sind halt nicht so eingestellt wie hier auf tik tok weil wir werden nicht gegen die mosseme herz oder gegen den islam das ist nicht unsere aufgabe unsere aufgabe ist zu helfen und menschen wenn sie zu gott kommen wollen dann kommt es sogar wenn ich finde ich wie gesagt ich habe eine ganz andere aufgabe und das ist nicht die aufgabe zu hetzen und spalt zu machen okay also auf jeden fall christian dann vielen vielen dank ich mache dann jetzt nur kurz weiter ich wie gesagt danke für die informationen ich werde ihn nachher mal googeln und ja danke dass du da auf jeden fall dankeschön geschwistern ist der punkt sehr wichtig ja und deswegen ich will das nur einmal ganz kurz ausführen ganz kurz wenn ihr mir fünf minuten gibt vielleicht ja auch wenn das vielleicht ein bisschen viel ist aber wie gesagt ich bleibe in der liebe ja und ich meine das auch alles nur aus der liebe heraus oder 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 wir sind alle in christus alles gut wenn du ja ein anliegen hast du sprichst du das anliegen das ist doch alles kein problem wenn wir etwas nicht wissen müssen wir uns gegenseitig korrigieren das ist alles gar kein problem ja genau deswegen da sollte auch jeder die damit haben was zum beispiel wenn der patrick wenn der patrick etwas besser weiß und sagt hey du hör mal zu hier korrigieren wir dich ja denn gehören wir dazu und schauen in der bibel und sagen aha okay der patrick hat recht ja deswegen wir müssen das annehmen wir können nicht sagen ja aber sondern wir müssen gucken und analysieren okay hey in der schrift was steht da drin was muss ich beachten deswegen wir sind ja hier um uns gegenseitig zu unterstützen wir sind nicht hier um uns zu spalten ganz wichtig genau richtig bruder auf jeden fall darum geht es auch gar nicht deswegen wir können ja selber aus der liebe heraus uns fragen ja was richtig ist nachdem ich das gesagt habe was ich jetzt sagen will euch und das lag mir auf dem herzen und ich bin davon überzeugt dass das der herr selbst ja ich sage du kannst gleich losreden ich möchte nur kurz was sagen der patrick der patrick moderiert das kurz hier also wenn möglich bitte alle auf patrick dann eingehen wenn er sagt hey eins nach dem anderen reden weil kein dass sie bloß kein chaos entsteht und oliver ich bin echt gott froh dass du gekommen bist einfach nur ein bisschen geduld haben die unterhalten sich kurz der bruder möchte kurz eine rede halten und dann wie gesagt eins nach dem anderen ich bin gleich wieder da ich schon kurz was zu essen weil ich habe mega hunger leute ich bin gleich da also die wahrheit oder also weiter reden die die hören die zu ok ja wichtig ist ja geschwister dass wir in der liebe bleiben das wissen wir ja da wegen christus sind und dafür schon mal erstmal auf jeden fall ein amen der herr hat auf jeden fall gesagt wir sollen woran wird die welt euch erkennen dass ihr zu mir gehört indem wir in der liebe bleiben der herr sagte wenn euch jemand auf die linke backe schlägt also so bieten auch die rechte da denn man vertilgt nicht das böse durch böse das ist ganz wichtig wenn jemand euch gewalttätig gegenüber ist und ihr auch gewalttätig ihm gegenüber seid wo seid ihr was besser oder wo ich rede aus von mir wo bin ich dann was besseres das mal besser denn wie verteidigt sich ein christ wir lesen das ganz klar im epheser brief im kapitel 6 abvers 13 lese ich deshalb ergreift die ganze waffenrüstung gottes damit ihr am bösen tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt euch behaupten könnt so steht nun fest eure länder nun umgürtet mit wahrheit und angetan mit dem brust mit dem brustpanzer der gerechtigkeit und die füße gestiefelt mit dem mit der bereitschaft zum zeugnis für das evangelium des friedens vor allem aber ergreift das schild des glaubens damit ihr alle feurige feile des bösen auslöschen könnt und nehmt auch den helm des heils und das schwert des geistes welches das wort gottes ist indem ihr zu jeder zeit bittet mit allem gebet und flehen im geist und wacht zum diesem zweck in alle ausdauer und für bitte für alle heiligen auch für mich damit wir das damit mir das wort gegen gegeben werde so oft meinen ich meinen mund auftue freimütig das geheimnis des evangeliums bekannt zu machen ich mache immer ganz kurz eine pause wir sollen wie gesagt wo sind wir gerecht wenn uns jemand anderes böses tut wenn wir dann auch böse sind ihm gegenüber oder ihm das gleiche antun wo sind wir dann gerecht wo ist unser glaube an gott wenn wir uns an uns selbst vertrauen und sagen ja wir müssen uns selbst verteidigen wo ist unser glaube an gott das möchte ich gerne beantworten ja schau mal sie ganz kurz ich bin noch nicht fertig ganz kurz bitte mein lieber bruder jesus sagte das ist mein letztes wort liebe deine feinde segne die dich fluchen tu gutes denen die dich hassen das ist genau das gegenteil von dem was ich unter selbst verteidigung verstehe denn wie gesagt der mensch kann keinen anderen menschen töten also auf jeden fall keinen gläubigen denn wir sind ewiglich also wir leben ewiglich der sagte wer an mich glaubt wird leben auch wenn er stirbt ja und dass das einfach mein vertrauen deswegen werde nicht dass ich mich selber verteidige wenn ich weiß der herr hat mein leben in seiner hand ich habe meine frage sondern durch so ganz kurz auf der einen seite muss ich dir schon nicht dem aber stell mal vor jemand will jetzt in deine frau zum beispiel jetzt angreifen willst du nicht deine frau m zum beispiel sie verteidigen der mensch ja dann werde ich wieder fleischlich dann werde ich wieder fleischlich und nicht geistlich aber aber ich möchte da gerne auf die frau schützen muss ja klar klar aber wie schütze ich meine frau ich schütze meine frau indem ich sie fernhalte von bösen sachen nicht indem ich sie beschütze in also mit meinem leib das ist falsch das finde ich nicht richtig man darf nicht die familie beschützen also schon mal ich sind gegen ein gewalt werden jemanden schlagen wird da renne ich von den weg bis er nicht mehr kann aber aber wenn jemand meine familie angreift oder oder meine frau ab da ziehe ich mich nicht zurück aber ich verteidige sie und bin auch bereit für sie zu sterben für meine frau klar einfach und auch für seine klare ich auch auf jeden fall aber sterben für meine frau heißt nicht dass ich in den kampf ziehe ja und vielleicht andere menschen töte und im leben davon kommen nicht das mal die opfern auf opfern heißt ja keinen anderen menschen umzubringen dabei zum beispiel jesus hat ja keinen menschen was dabei getan als er sich geopfert hat für uns und das ist das gleiche ist was du gerade gesagt dass bruder also die war deswegen der steuerlauf schau mal ich weiß wo dein knackpunkt ist schau mal paulus paulus wurde ja getötet durch kaiser nero und paulus hat sich auch verlassen verhaften lassen durch die römer das heißt ja sagt auch dass wir durch die obrigkeit sind wir ausgeliefert ob die uns töten oder nicht wir haben keine chance ok richtig wir christen sind der obrigkeit untertan ja also wenn aber jetzt jemand kommt der in dein haus einbricht und deinen sohn töten will oder deine frau vergewaltigen will dürfen wir uns verteidigen denn es steht ich lese dir vor lukas 22 36 und er sprach zu ihnen so oft ich euch ausgesandt habe und beutel ohne beutel ohne tasche und ohne schuhe habt ihr euch je mangel gehabt sie sprachen niemals da sprach er zu ihnen jetzt hör mir gut zu an dem punkt da ist ein problem jetzt hör zu was der herr sagt aber nun jetzt kehrt sich die sache der messias wird verworfen das heißt verfolgung für die christen findet jetzt statt durch die obrigkeit und auch durch menschen die uns töten wollen die kein gerecht dazu haben ja wo kein gericht ist keine polizei ist kein staatsanwalt ist und so weiter jetzt sagt er wer einen beutel hat der nehme in desgleichen auch die tasche wer aber nichts hat verkaufe sein kleid und kaufe ein schwert denn ich sage euch es muss noch das auch vollendet werden an mir was geschrieben steht er ist unter die übeltäter gerechnet dass denn was von ihm geschrieben ist das hat ein ende das heißt er sagt jetzt schaut mal wo der messias gekommen sie haben alle geschrieben haus jahre haus jahre haus jahre der messias der messias und nachher haben sie ihn gesteinigt und gekreuzigt also gehaften kreuzigten wo ja okay wir lesen matthäus 26 den vers 52 ja das ist da wo jesus gefangen genommen wurde weil du gesagt ist jetzt wird er gefangen genommen jetzt dürfen sie sich selbst verteidigen mal schauen matthäus 26 vers 52 jahre das ist die gefangennahme von jesus da heißt es da sprach jesus zu ihm also zu petrus der sein schwert rausholte und dem anderen das ohr abschneidet er genau abgeschnitten hat steckt ein schwert an seinen platz denn alle die zum schwert greifen werden durch das schwert umkommen genau aber jetzt hast du was vergessen jesus wurde nicht durch den mob verhaftet sondern durch die obrigkeit der juden doch die pharisäer und sadduzäer und so weiter und so fort er wurde durch die obrigkeit verhaftet darum hat sich der jesus christus nicht 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 gewährt verstehst du jesus christus wurde ausgerecht hatte eine umgekehrte gerichtsverhandlung jesus christus hatte auch eine ungerechte gerichtsverhandlung man darf über den abend niemand richten vor allem nicht in einem privaten haus von von caiphas verstehst du und du verwechselst hier die obrigkeit in diesem bibelferst verwechselst du die obrigkeit mit einem mob als würde dich ein bandit oder ein dieb möchte dich jetzt kreuzigen oder ein dieb möchte abstecken wenn der apostelgeschichte stefanus an der voller obrigkeit wie du sagst da die rede hielt und danach gesteinigt worden ist ohne ein wort zu von sich zu geben wie ein land liegen lassen ja weißt du warum er sich steinigen lassen hat weiß die obrigkeit war und jesus christus stand zur rechten seite gottes nicht sitzt das heißt warum stand der jesus christus weil hätte die obrigkeit hätten die pharisäer hätten die jesus christus als alles angenommen wäre sofort das tausendjährige reich gekommen stefanus war ein wunderbarer bruder verstehst du hätte der mob stefanus stefanus er getötet das wäre nicht richtig gewesen aber die obrigkeit da bist da sind wir einfach schon wie viele christen werden in den verfolgten ländern eingesperrt in gefängnissen von richtern und so weiter und so fort das sehen wir in allen ländern im islam auch es rede mal gegen erdogan mach mal gegen türkei welle und reist die türkei an da kommst du nie wieder in ein land zurück wenn für uns das dann nicht selber verschuldet gewesen wenn wir andere menschen dazu reizen die böse sind uns umzubringen haben wir uns das sind nicht selbst in die schuhe reingelegt sozusagen wisst ihr was ich meine ich darf doch niemanden triezen oder irgendwie respektlos werden so dass er mich umbringen möchte wenn er dann in mein haus reinkommt ich gebe doch kein ein anlass als christus sein mein haus erst reinkommt und meine familie umbringen wird das meine ich also ich bin im allgemeinen gegenden so weit aber wenn jetzt jemand zum beispiel meine familie angreifen will da habe ich das recht zu beschützen und das ist auch gar keine sünde als beispiel den grund dafür geben niemand will das nicht lassen mich doch bitte mal ausreden bitte schau mal auf der einen seite aber wenn die obrigkeit mich zum beispiel mich festnimmt da lasse ich mich fest und kein problem aber wenn jetzt jemanden schlagen will so ich würde entweder wegrennen und mich ein bisschen verteidigen aber nicht zu schlagen das aufgabe das aufgarten was also wegrennen ist ja auch richtig das sehe ich so wenn jemand das evangelium nicht hören will ja oder euch deswegen böse ist oder sonstiges dann sollte in die nächste stadt gehen und den staub von euren füßen abwischen aber schau mal schau mal stell mal vor jemand ergreift jetzt eine frau an so richtig krass und so was willst du dann enttun denn petrus wurde zum beispiel die klippe mit einem seiner jünger runtergeschmissen der hat sich auch nicht gewährt nicht du redest immer ins wort stell dir mal vor in deutschland gehst du mit deiner freundin spazieren und muss der geschwister wir sollen doch nicht auf das menschliche was jetzt und hier und jetzt ist sondern wir sollen doch auf das göttliche schauen aber schau mal der jeremy versucht ja ein beispiel zu geben schau mal du gehst in mücken oder am alexanderplatz geschehen spazieren mit einer hübschen ich will ein biblisches geschwister ja war doch das ist ja ein beispiel ich gebe dir ein beispiel schau mal du gehst mit einer freundin oder mit einer verlobten geschehen spazieren müssen döner kaufen wirst am jahrmarkt gehen willst du irgendwas machen ja und jetzt kommen menschen und du kannst du dich beeinflussen ja gott gott sagt nicht der bewahrt uns da überall nie jetzt kommen da leute die wollen dich anpöbeln die wollen deine freundin da ein bisschen busi geben und so und dann schießt du einfach da nie schießt du diese leute hat du hast das recht eine familie deine verlobte zu verteidigen stell dir mal vor jemand kommt zu mir und will meinen sohn schlagen da versuch das mal da kannst du nicht kommen du bist christ muss die rechte und die linke wanne hinhalten stehe doch schön die rechte und linke wanne hinhalten werden wir dann nicht viel mehr fleischlich alles gut geschwister wie gesagt ich habe das nur in der liebe gemeint wenn ihr euch das nicht sagen lassen wollt dann ist das ja nicht meine sache wie gesagt der herr sagt das an keiner stelle und jetzt aber sagen die stelle sagt dann aber die stelle sagt mir nicht dass wir uns selbst verteidigen sollen dass das problem doch es ist eine eigene auslegung oder verfolgung ich rede mit ihm ok oder jeremy sorry patrick ich verstehe nicht auslegen kannst deswegen erkläre mir das doch mal bitte ja und genau es steht ja ich hab dir wie gesagt wir sollten wir sollen die gemeinde so lieben wie der herr uns auch geliebt hat indem er selbst sein leben für uns gegeben hat aber der herr hat wenn wir uns an sein gleichnis jetzt erinnern nicht und niemanden etwas angetan aber aber das hat sich auch nicht verteidigt hat seinen mund gehalten wie ein lambas zum schlachband geführt wird korrigiert nicht jetzt musst du jetzt musst du zuhören aber es heißt nicht dass wenn jemand uns jetzt mit einem messer angreift dass wir uns jetzt hinlegen und sagt mach ich mal jetzt ganz kurz gib ich ein als christ einen anlass mich umzubringen doch wenn du das wort gottes verkündet dann versteht doch dann muss ich dann muss ich mich umbrühen und mich schon den abwenden bruder nein was redest du schau mal du drehst das alles unterland schau mal sie haben sie werden euch verfolgen denkt daran sie haben mich vor euch verfolgt wenn du wenn du ein christ bist wir werden verfolgt einige der berlinländern in nigeria sind 5 der herr sagte ja auch wenn ihr verfolgt wird ich wurde vor euch verfolgen wenn ihr gehasst wird ich wurde vor euch gehasst wird aber jetzt frage ich dich hat er sich einmal anders als geistlich und mündlich zur wege setzt der herr jesus christus dich denn sein auftrag war und ganz kurz patrick die wahrheit bruder herz dann wäre ich ein bisschen geschwister was ich meine ja alles nur wenn wir jetzt das befolgen würden was du jetzt sagst dann werden wir alle schon begraben wenn wir uns nicht wehren würden denn wir aber alle schon begraben aber sehe da ich stehe hier und ich tue meinen feinden gutes und segne die mich fluchen und dem ich beleidige ich einfach mir das tun und wenn jemand irgendwie droht oder so ja dann drehe ich mich um sagt gott segne dich drehe ich mich um und g noch nie ist mir einer hinterhergejagt oder sonstiges die deine wahrheit mir meine wahrheit fertig oder ich muss dich ich muss dich kurz korrigieren du bist aber nicht jesus oder das stimmt auch du bist nicht jesus das darfst du nicht vergessen das stimmt ja auch das darfst du nicht vergessen wurde ja klar das stimmt ja auch aber wie gesagt der herr hat uns das ja beigebracht damit wir im geiste wachsen geschwister ja und wenn ihr sagt wir sind ja nicht jesus stimmt das voll und ganz gebe ich euch voll und ganz recht aber er sagt ich bin heilig so seid auch ihr heilig oder nicht wir sollen aber in allem ihn so ähnlich werden wie es geht und wenn ich sage ich würde mein leben für euch hingeben ja dann ist das die wahrheit ja aber niemals in verteidigung sondern anders halt anders aber wie sind die euch der herr jesus guck mal guck mal die wahrheit wir sind nicht wie jesus christus schau mal ich kann nicht auf der einen seite verstehen guck mal ich war mit einer guten freundin in münchen in der stadt weil ich komm aus bayern so ne da wollten zwei muslimer die schlagen und gott sei dank war ich dazwischen und so weiter so da hatte ich die beiden auf dem boden schnell gepackt so boom und so weiter aber das heißt nicht dass ich gewalt befürworte also wenn jemand meine familie oder sonst wer also meine verlobten angreift so ich würde alles geben die die zu verteidigen so da habe ich keine andere wahl die gewalt abzuwenden ja du verstehst es nicht also wenn ich meine frau angreifen will weil hast du schon mal den fsdbrief schon mal gelesen ja den fsdbrief versteht da steht wir sollen bereit sein fünf von hinzugeben so wie es christus auch so gemacht hat also ich habe das recht meine verlobte zu verteidigen weil ich kann ich sagen hallo luftballon hallo kommst du mal hier ich hab meine frau nein ich würde sagen raus mit ihr wenn ich raus geht da da rasch da da packe ich noch von unten und dann boxe ich den ganz einfach also wenn er meine frau boxe machen kurz danach packe ich den raus und wenn er und wenn er immer noch so weit gemacht dann bam 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 dann ist er weg ganz einfach alles klar also jedem das seine also wie gesagt und daher hat als er sich hingegeben hat weil du wieder vom gleichnis gesprochen hat hat er sich in keiner weise wie sich mit gewalt gegen gesetzt ja er hat gesagt ganz im gegenteil wenn er wollen würde ja hätte er eine schar von engeln vom himmel herabkommen lassen ja und sie würden alle alle komplett vernichten und zerstören aber wie gesagt das wollte der herr nicht und ich bin mir sicher dass der herr das auch nicht mit mir also von mir fahrt ich mal was fragen lieber heute bist du ein hibelsanhänger wie bitte bist du ein hibelsanhänger ich weiß noch nicht mehr was zu sagen also was damals hätten banditen räuber paulus eingesperrt dann wäre paulus ausgebrochen aber paulus wurde jedes mal von der oberigkeit eingesperrt und darum blieb paulus im gefängnis und musst du das erdulden das ist der unterschied was ich dir erklären wollte du musst du verstehst dass du dann ausgebrochen wäre du darfst noch mal den killern und der justiz wenn die justiz kommt müssen wir uns ergeben abführen lassen in handschellen ins gefängnis da werden wir wollen strafe oder nicht aber wenn wir kommen in dein haus einbrechen wollen deine frau oder deinen sohn weißt du hast du kinder die wahrheit hast du kinder ja schau mal jemand wird einen sohn töten was machst du dann sagt bitteschön nein auf keinen fall also ich an erster stelle ich weiß ich kinder habe weil ich kinder habe hör doch zu weil ich kinder habe oder würde ich meine kinder erstens niemals in eine gefährliche situation hinein bringt als zweites würde ich niemals dafür sorgen ja als christ dass jemand mir so etwas antun wollen würde und wenn es die obrigkeit da in dem fall so will was wie gesagt dann können wir uns sowieso nicht erstens gegensetzen und zweitens dann haben wir nichts anderes zu tun außer das gericht zu ertragen dieses weltliche ja aber wie wir eigentlich sagen dass das kurs hat und hier ist ja kommt ich gehe dann trotzdem in dem an den wissen und ich gehe dann trotzdem bis dahin bis an den gewissen ja in den dass ich weiß dass ich beim herrn nichts verloren ist dass bei dir nie ein einbrecher kommt dass bei dir nie ein böser mensch kommt der irgendwie schon einen dreizehnten stadt bruder schau mal ich möchte ich nicht irgendwie jetzt irgendwie aber schau mal bist du besonders wer sagt denn dass bei dir nicht morgen oder übermorgen oder in zwei jahren ein anbrecher kommt und deine vermieden droht wer sagt das vergebete die sicherheit wie gesagt wenn das so ist ja dann würde ich wahrscheinlich vielleicht auch handeln so dass ich diese gefahr abwende ja aber ich würde niemals die schlagen oder ich würde also mit meinem geister mit ein verstanden sein dass ich jetzt gewalttätig werden muss er muss man seine familie angreift du würdest erst ein verteidig das ist schon wieder dieses was ich verstehe tut mir leid erregt sich über mich künstlich auf also nicht nur lieben hallo 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 leute ganz kurz ganz kurz bitte ganz kurz bitte 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 ganz kurz wir sind jetzt vom thema kleinen moment wir sind vom thema komplett weg aber ich würde dem bruder die wahrheit kurz meine frage stellen wenn jemand deine frau angreift würdest du dann einfach sagen egal kann er machen nein ich würde das versuchen abzuwenden aber nicht in gewalt sondern indem ich ihn vielleicht weg schubsen und dann mit meiner frau in die füße trete also aber ich würde niemals versuchen jetzt diese person jetzt wird wirklich beleidigen ausrasten komplett auf den los zu gehen nicht mehr aufzuhören zu schlagen und niemals schubsen schubsen ist auch eine art gewalt das weißt du schon ja aber wie gesagt ich würde ihn wegschubsen so dass er wahrscheinlich ich würde jetzt ihn nicht extra gegen tresen schupfen dass er sein genick bricht oder so tiktok sportlicher aber ich habe dafür so ist auf jeden fall dass er besser angreift wie gesagt solange dies nicht passiert habe ich keinen grund darüber nachzudenken aber wenn es passiert ja und wenn es jetzt diese situation wäre würde ich einfach abbauen mit meiner frau zusammen wenn es nicht passt also möglich wäre weil er zu schnell ist dann könnte ich sowieso nicht verhindern sozusagen aber ich würde trotzdem nicht meine frau da liegen lassen in dem moment würde ich natürlich auch dann menschlich werden weil ich ein mensch bin und weil ich nicht jesus bin und würde dann auch über reagieren aber wie gesagt ich würde mich niemals in eine situation hineinbegeben wo ich weiß ja da ist der satan ich würde niemals dafür sorgen dass meine familie irgendwie durch mich ja in eine streitkonflikt kommt so dass andere menschen mir drohen mein haus stürmen oder sonstiges ich würde niemals punkten ersetzen jetzt einfach ich würde niemals meine familie irgendwie in einer hinsicht in einen so einen konflikt reinbringen dass es nötig wäre ganz kurz ich würde das in bester weise ich bin ich jetzt angreift und ich weiß es geht um mein leben dann muss dem bin ich sogar gezwungen mein instinkt einzusetzen denn setze ich ihn wirklich und außer gefecht will ich das ja aber das passiert dann aus aus also als reflex wie du sagst schon das ist dann reflex sache bruder das ist nicht mal dass ich das jetzt selber will ja dass wir jetzt noch starke das ist oder wir haben es verstanden alles gut weißt du was mich an dir stört du redest ja als hättest du alles unter kontrolle als also ich meine unter kontrolle als wärst du gott und könnte es diese situation bestimmen so dass es ist das zweite ist das zweite ist das zweite ist ich sagte von mein ding wie ich handeln würde nicht wenn zu meiner frau gehen würde oder meine kinder sondern wenn es mein kollegen oder ein fremden gehen würde nehmen wir jetzt flexer ich stehe neben ihm ich würde keine sekunde zögern denjenigen alle knochen wie so ein chirurg das ist eine ganz einfache sache aber aber bevor das passiert ist also wenn 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 ich das sehe dass jemand das problem ist für mich ich würde es versuchen dann würde ich rausgehen eigentlich ich will das nur einmal sagen ja weil das liegt mir ehrlich am herzen und da rede ich nicht aus mich heraus glaubt mir das ganz kurz mit dem weil mich bei mir ist ein zweit macht man den fragt ich mal ein bitte mal ein ausreden bitte ganz kurz und ich habe wirklich ernsthaft ich habe ernsthaft das meine ich ernst ich will dich jetzt nicht verarschen oder beleidigen ist mein ernst bist du hast du was geraucht nein das glaube ich nicht wieder nur unterstellungen von der liebe die gott für uns gegeben hat ich meine das wirklich ernst das versteht wie er das meint nein weil weiß aber aber bitte eine sache kurz ja bleibt ganz locker ja 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 nein der bruder meint das der bruder meint das ja im guten so ich kann seine intention schon verstehen aber wenn ich mit dem gewissen hineingehen sage wenn diese situation wäre dann würde ich jeden menschen jeden knochen brechen dann bin ich ein böser mensch das ist meine meinung aber wenn ich mit dem gewissen dahin gehe ja wenn das dazu kommt und es dann passiert einfach ja und es passiert dann einfach irgendwas was ich mache und das ist böse dann finde ich ist das nicht aus mich heraus sondern aus dem reflex aus dem menschlichen heraus aber wenn ich gezielt sage ja wenn das und das passiert würde ich jeden verteidigen und jeden jeden anderen sein knochen brechen ja jeden verteidigen kann man dann finde ich das kommt das aus dem bösen herzen heraus bruder und daher hat das gelehrt bruder dass wenn hass im herzen ist da fängt schon mal dran und das ist das problem bruder war halt bitte ganz kurz natürlich sondern unsere feine lieben weil vorhin hattest du ja ich habe das alles unter kontrolle aber wo lebe ich mein feind bruder wenn ich weiß jemand anderes mag mein bruder flex nicht und ich will ihn jetzt jeden knochen brechen das ist das was mich noch bitte ausreden also also ich dachte doch ja ich habe vieles unter der kontrolle und danach kamen drei muslime wollten mich angreifen von aber ich bin um mein leben gerannt ich wusste nicht dass dieser gefahr kommt deswegen ich zum beispiel ich bin gegenwart aber sollte jemand eine gute freundin von mir meine kusine angreifen also ich würde den wegschubsen wenn er weitermacht und versucht die abzugreifen dann dann entgebe ich den einen tag bando kick und fertig aus oder ein box oder m m bau denn so wie bei der meintzeilen diese situation guck mal wenn die situation ich mache ich weiß du hast du das hast du da jetzt nicht wirklich gesagt taekwondo kick und dann ja das ist dieses das was ist das für ein lächerliches gerede bruder das ist albernes geschwächt auf dem boden nein ok mal lasst mich mal bitte die sache korrigieren jetzt greife ich mal ein bisschen ein der bruder fragt dich ich weiß worauf der hinaus möchte er meint es jetzt nicht so krass wie er es gesagt hat sondern es geht darum ich kann den bruder fragt dich wirklich verstehen er musste deshalb wirklich so knallhart sagen weil wie gesagt er will es nur erklären also es geht darum ich als türsteher zum beispiel ja sagt ihr ganz ehrlich ich lege meinen job so langsam ab weil es gibt gewisse klienten die mich dann langsam erkennen und ich brauche in dieser branche auch gar nicht mehr viel machen warum kann auch mal schief gehen Ich mache das ich mache das schon seit sieben acht jahren Egal was ist bleibt immer respektvoll aber wenn du angegriffen wirst dann musst du dich wehren Du darfst niemanden bedrohen Aber du musst dich wehren es ist einfach so du kannst ja nicht Box mich und box mich kaputt du bist du kannst dich wehren aber Bring die person nicht um aber wäre dich die wahrheit ich muss dich da wirklich korrigieren Bruder ich glaube du hast was in den falschen hals genommen Ehrlich und das sage ich wieder weil Bruder nur damit du mich verstehst wie gesagt wenn es in eine situation kommt du weißt doch gar nicht wie ich damals war Bruder wer ich bin Weißt was ich meine und deswegen geschwister ich war damals ein sehr schlimmer mensch ja ich war sehr gewalttätig Meine hände waren öfters gebrochen weil ich andere menschen geschlagen habe und so weiter und so fort der herr hat mir aber alles Weggenommen hat mir was anderes gezeigt was er kein anderen nicht will mich nicht heben ja alle ihre gebürt unserem herrn herr jesus christus Aber das will ich deswegen mit euch teilen geschwister Wir haben unseren jahreslosung im ersten korinther kapitel 16 vers 14 da steht alle eure dinge aber lasst in der liebe geschehen Aber ich finde ich bin dir jetzt auch nirgendwo in der bibel wo jesus jetzt zum beispiel sagt verteidige dich nicht das finde ich nicht aber ich Lese auch nicht dass er sagt verteidige dich in Also wenn dich jemand angreift dann schlag ihn zuerst damit Aber du musst dich ja irgendwie verteidigt weil guck mal du musst dir jetzt mal vorstellen wo der herz wenn jetzt jemand Oder das beste beispiel ist doch gegeben als er gesagt hat wenn euch jemand auf eure linke wange schlägt dann biete ihm auch die rechte da Was will man denn dazu tun bruder was sollen wir denn Jesus dazu tun bitte Alle stummen sich ganz kurz ich lass mal den patrick reden patrick will was sagen Genau schau mal das mit der wange hat damit zu tun dass du streit hast vielleicht mit dem nachbarn Und er sagt du schau mal ich verklag dich weg dem zahn weg dem baum und dann sagst du weiss was ich halte die andere wange hin Ich schneide den baum okay das hat nichts mit gewalt zu tun okay Aber schau mal gott hat uns den überlebungstrieb gegeben ja und dieser überlebungstrieb Macht uns fähig uns zu verteidigen wenn jemand unser leben nehmen will Und das hat jeder mensch in sich jeder mensch wird bis zum letzten wenn er die fingernägel An dem tee abkratzt wird kämpfen um sein leben das hat gott uns gegeben und wir haben das recht wenn Jemand unser leben nehmen will oder das leben meines sohnes Hey greif meinen sohn an und dann lebst du mich Ja dann 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 ist fertig dann ist vorbei das das hat jetzt nichts mehr mit Verstehst du das ist die familie Wenn jemand meinen sohn packt ja und mitnehmen will dem ziehe ich auch die beine weg ja und versuche meinen sohn wieder wieder zu Zurück zu holen Ich würde doch nicht ich würde doch nicht ich würde doch nicht jetzt mit dem ich gehe doch nicht mit irgendeinem gewissen raus zum beispiel wenn jemand jetzt mit dem bruder flex diskutiert sagen wir mal gerade in der in stadt ja Und dann bedroht ihm jemand mit dem messer ja aber ich gehe doch nicht in der vor Intent also ich gehe doch nicht mit dem gedanken gut dahin ja dass ich zum beispiel mir ein messer einpark zur Selbstverteidigung auch damit wenn mich jemand damit angreift ich den auch angreift was ist das ist nämlich der einzigste vers ja in dem euch gegeben ist sozusagen zur selbstverteidigung wenn ich das jetzt richtig verstanden hat wo er sagt mit dem messer sollte euch dann auch ein ja aber ich meine Martin Luther hatte immer ein messer unter dem predigenpult Damit da jemanden erstuscht oder was Warte ganz kurz jeremy ich will mit patrick ganz kurz reden bitte gedulde dich da auch ganz kurz schalom Patrick bist du noch da Ja ich bin noch da Genau hatte der martin luther das messer unter dem pult weil das in der bibel so steht Nein weil er das recht hatte zur selbstverteidigung und er hat das wort gepredigt er hatte genug feinde da Weißt du nicht wenn jemand kommt und will ihn töten Und vor allem wir müssen uns auch in der wildnis schützen früher war es ja so wir hatten wilde tiere die wollten uns auffressen ich glaube du hast was ganz Falsches verstanden die wahrheit schau mal gott hat uns den überlebenstrieb gegeben und wir haben das recht uns egal wer uns angreift Tiere mensch was auch immer wir haben das recht und das ist der überlebensding der uns zu zu der macht uns ja dann zu tieren Verstehst du wenn jemand dir das leben leben will dann hast du kräfte die frei kommen Ja vielleicht hast du pech und du stirbst und er wirkt dich oder stecht dich du hast vielleicht keine chance weil er andere waffen hat aber du wirst kämpfen bis zum Schluss bis zum letzten abend so wirst du kämpfen um dein leben das ist das doch klar ja ist doch klar aber wie gesagt was ich meine ist ein christ sollte sich niemals in die begebenheit in extra hinein begeben ja in diese situation Er hat einen punkt genannt der gefällt mir die wahrheit du hast gerade eben einen punkt genannt das hast du sehr gut gesagt Also wenn ich draußen das evangelium verkündet dann begebe ich mich nicht in das ist das mal bitte Ich weiß schon was du meinst aber okay du hast einen punkt genannt was mir sehr gefällt und zwar wir dürfen uns nicht in position Begeben begeben wo wir was in gefahr kommen das finde ich schon mal sehr gut weil ja wir sollten uns von gefahren fernhalten richtig sehr gut gesagt aber wenn die gefahr zu uns kommt und wir sind irgendwo in einer ecke gedrängt dann müssen wir uns wehren wir drohen nicht aber wir müssen uns wehren das müssen wir Also wie gesagt Bruder ich habe das nirgendwo in der bibel gelesen ja sage ich euch jetzt noch mal und wenn ihr eine bibelstelle habt wo das genauso drin steht Bruder dann bitte gibt sie mir ja lasst mich also belehrt mich bitte aber belehrt mich nicht nach eurer meinung ja oder nach eurem wissensstand oder nach eurem Sicht ja denn es gibt nur eine sicht als christ und das ist wer mir nachfolgen will sagt der herr jesus christus der verleugne sich selber das heißt ich schalte mich selber aus das was ich will und dieses ego muss weg Patrick hat es doch schön damit ich ihm freiraum gibt ja dann hat ich über die liebe folgen können danach nehme ich mein kreuz auf mich das heißt dieses tägliche durch evangelisieren oder besser gesagt Evangelium verkündet dann nehme ich mein kreuz auf mich und dann habe ich es freiraum ja um den herren zu folgen Dagegen spricht halt keiner war schon mal schau mal du musst besser zuhören guck mal patrick hat hier ein bibelvers so gezeigt in m lukas 22 das müsste irgendwo in vers 24 sein bis ab vers haben wir ja schon gelesen und so weiter aber du hast nicht zu gott schau mal ich wenn ich evangelisiere oder eigentlich ich bin bin ich auch sehr sehr mag und da wollen leute sie sich schlagen so so da werde ich sie im verteidigen ganz klar so da habe ich keine andere weil so da kann so da kann ich nicht sagen hallo wie geht's hier gut 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 nein da sage ich entweder ihr geht weg oder es gibt es ärger ganz einfach ja ist ja auch richtig so wir haben verworfen kaufe sich ein schwert ein schwert brauchst du zur verteidigung oder zum angriff wir sollen das schwert zur verteidigung haben ja er sagt jetzt jetzt werdet ihr verfolgt jetzt verstehst du du kannst das christlich sagen der fraglich bist du christ oder bei sich nicht zu oder bist du nicht christ ich glaube ich rede jetzt ein bisschen aneinander vorbei also mir kommt jetzt vor dass du wahrheit glaubst dass es irgendwie ein kampf aufruf gerade irgendwie war und und die anderen glauben aber du würdest jetzt dich du würdest dich zusammenschlagen lassen oder deine familie oder so also ich glaube da liegt jetzt der hund begraben irgendwie weil ihr einfach einander vorbei redet genau wie gesagt wenn jemand mich angreift ja dann versuche ich natürlich abzuhauen oder so damit ich diese gewalt vermeide aber wenn es halt unvermeidbar ist wenn ich unvermeidbar schon im konflikt mittendrin bin dann versuche ich natürlich das beste um diese gefahr von mir abzuwenden das heißt aber nicht dass ich ihm alle knochen breche oder eben tot trete oder irgendwie so gesagt du hast es gut gesagt aber guck mal wenn jemand jetzt mit einem schwert oder mit einem messer beispielsweise deine familie angreift also sorry du kannst du nicht hinschauen und sagen ja ist nicht so schlimm kommen hack sie ab das geht nicht du musst ihn außer gefecht setzen so dass er nichts machen kann aber nicht ich würde gucken ob irgendwo neben mir ein stock oder so liegt ich würde ihn damit versuchen kaputt zu schlagen ja ganz kurz einmal so dass er auf jeden fall damit ablassen könnte ja und dann würde ich ihn fixieren und die polizei rufen so würde ihn auch auf jeden fall außer gefecht setzen und das habe ich ja vorhin gesagt was ich meine weil der bruder fragt dich gesagt hast weil er gesagt habe ich den knochen brechen und ich gehe nicht mit diese intention dahin bruder weißt du du musst dich dann wehren aber das steht nicht in der bibel sondern das ist dann wieder dieses fleischliche was wir nicht ablegen können der herr jesus christus konnte weil er gott ist ja wir können nicht weil wir menschen sind und das böse in uns wohnt laut römer 7 die wahrheit aber dieses schwert sollen wir nicht zur verteidigung nehmen oder doch lukas 22 oder lukas 22 geben wir sogar bibelferse mein lieber lukas also das schwert ist das wort gottes und wenn es heißt kaufe ja dann sehe ich als kaufe umsonst dann kann ich den glauben an den tod ja auf den er hingerichtet hat auf dem er gezeigt hat sozusagen 20 das was denn wir wissen zwei schwer da verstanden zwei schwerte reichen doch nicht für zwölf apostel bruder hätte er gesagt ich habe hier zwölf schwörter zwölf schwörter er zwölf schwörter dann würde er sagen das genügt ja ob mit ausrufezeichen steht dahinter das heißt er wurde laut ja er hat es alles gut gesagt vergessen wir vergessen wir das thema weil das führt zu nichts alles gut und danach in gc man den direkt danach schneidet der petrus ja weil er hat das wie gesagt wie ihr verstanden er hat zur selbstverteidigung das schwert gegriffen und geschlagen und der herr sagte stopp alles gut die wahrheit bruder jetzt lassen wir das thema weil es führt zu nichts das ist so ein streiten wir sollten nicht streiten aber wir müssen auf jeden fall wenn es um unser leben geht müssen wir uns auf jeden fall meiner meinung nach wehren wir können es nicht erlauben dass wir hier alle unseren nacken verbeugen und dass wir eins nach dem anderen in therapie kriegen ich glaube das ist nicht richtig aber ja das stimmt da gibt es hier schon recht aber wie gesagt wenn ich weiß zum beispiel die scharia wird hier bald herrschen weil ich schon sehe ja dass sich das langsam aufbaut und der heilige geist ist ja in mir der mir das ja frei offen liegt dann würde ich vorher umziehen ganz ehrlich in ein anderes land damit ich das auch wieder vermeiden kann nur damit ich gar nicht erst in diesem konflikt kommt so wisst ihr was ich meine so gut wie möglich ich fliehen wie du kannst aber wenn es hart auf hart kommt mein gut so hast du wohl keine anderen wie gesagt an alle die hier unten sind und mich irgendwie jetzt hassen oder so kann ich bis da hat sich ja weil die ziehen das sonst lächerliche wisse geschwister und das mag ich nicht ja aber wie gesagt es geht mir nur darum ja nicht ich möchte irgendwas sagen ich bin also mein account steht mein kontakt content ist nur jesus ist die absolute wahrheit kein mensch hat recht auf dieser welt kein mensch kann sich erlauben zu sagen ja das was ich sag hat mehr gewicht wie das was jesus sagt ja und deswegen bin ich die wahrheit ja weil ich nur das von mir gibt was der herr jesus christus in mein herz gepflanzt habt ja und wie gesagt wenn sich dafür jemand annimmt oder so dann tut mir das leid aber wie gesagt das ist meine das ist das ist was der herr mir gegeben hat und das wollte ich euch nur mitteilen ich wollte damit die keine auf die füße treten und ich wünsche euch alle gottes segen und möge der herr euch den frieden geben die die welt euch nicht gehen kann deswegen vertraut nur auf ihn wie gesagt haben wir meinen das nicht wirklich böse gemeint sondern wir meinen das wirklich auch in der liebe auf jeden fall keiner hasst dich auf jeden fall aber wenn ich zum beispiel keine andere weil habe und und es kommt jemand okay das thema stopp das thema stopp genug wenn ich vertreten das thema ist tot alles gut wir haben ja ein bisschen diskutiert wir haben jetzt über dieses thema gesprochen das thema das jetzt durch weil sonst reden wir sind uns auch einig genau um wie thema beendet nächstes thema lasst uns über den herr jesus christus sprechen lassen ja wie gesagt ich habe das nur noch mal gesagt weil unten im chat gesagt worden ist geh raus wir können das nicht mehr hören also ich habe das paar mal gehört gehört aber ich habe fast kein akku mehr bin auch müde ich wünsche euch gottes segen wir hören uns morgen lieber morgen sofern gott will ja danke vielmals hier oben war und ich wünsche euch allen wirklich einen wunderschönen freitagabend ja auf jeden fall gottes segen wort es in gott sich noch miteinander tschüss ich würde ich bruder namen wo ist er in jesus amen amen gepriesen sei der herr jesus alles klar ja leute falls ihr mitbekommen habt das ist wirklich sehr krass ne ich und patrick hatten jetzt eine sehr sehr langes gespräch gehabt vorhin wo wir alleine jetzt hier drin waren und was für sachen sich herausgestellt haben hier drin und was für leute dahinter stecken und alles das ist echt krass ne aber jetzt macht einiges sinn ja es gibt gewisse leute die mich hier im stream gefragt haben hey wo bist du oder beispielsweise wo wohnst du denn das passt jetzt eins zu eins alles zusammen das ganze puzzle teil was ich jetzt mit patrick besprochen habe es passt wirklich zusammen ja deswegen wissen wir jetzt ganz genau wie wir arbeiten müssen und wie wir uns zu verhalten müssen auch wenn wir es hier öffentlich machen also das kummer leute es ist schon traurig dass wir schon so weit gekommen sind dass wir uns verteidigen müssen irgendwie auf eine art nur weil wir apologetik betreiben und das ist krass dass wir schon so weit gekommen sind das ist traurig ich finde es schon traurig das ist mehr als nur traurig das ist schon traurig aber leute wir machen jetzt einfach mal eine kleine pause wenn das ok ist morgen früh haben wir jemanden der eventuell zum herrn jesus christus kommen möchte ich weiß nicht wer gestern oder vorgestern in stream gemerkt hat da war so ein 16 jähriger junge der möchte eventuell zum christentum kommen und darüber werden wir morgen einfach ganz in ruhe sprechen deswegen ein bisschen power tanken oli was ist mit oli oli keine ahnung ist der oli da wenn er noch da ist kann ich die noch vielleicht hochholen aber ansonsten alle hallo oli was geht oli alles klar budi das segen oliver oli wenn du möchtest kannst du deine kamera ruhig an machen bist du noch da oli er schreibt den chat in drei minuten in drei minuten ok zeigt das video wie die wie die das verdrehen ja das ich glaube das hat er schon gesehen na ja leute wir gehen schon langsam so ins schlafen aber ich würde noch mal kurz mit dem oli noch mal ein bisschen reden und dann ja eilmeldung muslime haben eine seite entwickelt um christen den debatten mit fragen zu attackieren aber alles gut wir gehen nicht in diese debatten rein weil hat eh keinen wert mit denen darüber zu sprechen da sie das wort gottes sowieso in der schrift verdrehen genau dann machen wir mal ein bisschen ja bruder ich muss eine kleinigkeit für euch vorlesen bevor ich gehe weil ich muss auch jetzt raus bruder ich lese aus dem ersten korinther brief kapitel 13 vor wenn ich in sprachen der menschen und der engel redete aber keine liebe hätte so wäre ich ein tönendes erz oder eine klingende schelle und wenn ich weisagung hätte und alle geheimnisse wüsste und alle erkenntnis und wenn ich allen glauben besäße so dass ich berge versetzte aber keine liebe hätte so wäre ich nichts und wenn ich all meine habe austeile und mein leib hingebe damit ich verbrannt würde aber keine liebe hätte so nütze es mir nichts die liebe ist langmütig und gütig die liebe beneidet nicht die liebe prallt nicht sie bläht sich nicht auf sie ist nicht unanständig sie sucht nicht das ihre sie lässt sich nicht erbittern sie rechnet das böse nicht zu sie freut sich nicht an der ungerechtigkeit sie freut sich aber an der wahrheit sie erträgt alles sie glaubt alles sie hofft alles sie erduldet alles die liebe hört niemals auf aber seien es weisagungen sie werden weggetan werden seien es sprachen sie werden aufhören seien es sei es erkenntnis sie wird weggetan werden denn wir erkennen stückweise und wir weisagen stückweise und wenn einmal das vollkommene da ist dann wird das stück weg weggetan als ich ein kind war redete ich wie ein kind dachte wie ein kind und urteilte wie ein kind als ich aber ein mann wurde tat ich weg was zum kind sein gehörte denn wir sehen jetzt mittels eines spiegels ja wie ein rätseln wenn dann aber von angesicht zu angesicht jetzt erkenne ich stückweise dann aber werde ich erkennen gleich wie ich erkannt bin nun aber bleiben glaube hoffnung liebe diese drei die größte aber von diesen ist die liebe warum geschwister das kann ich euch erklären die liebe ist das größte weil wir brauchen keinen glauben und keine hoffnung mehr wenn wir beim herrn sind ja denn dann sind wir erlöst dann bleibt nur noch die liebe und die hatte uns hier geschenkt ja und die blätten alle ewigkeit möge der herr euch reichlich segnen segnen im namen unseres herrn jesus christus amen amen mein bruder du hast wirklich zum abschluss so ein schütten bravo ich küsse dein herz wirklich das war sehr sehr schön deshalb meine lieben ja der herr liebt euch alle ja aber er ist auch wenn wir falschheit in uns tragen ist auch ehrlich mit uns ja und er ist ein gerechter ein gerechter und deswegen sollen wir auch gerecht sein ich habe euch alle lieb bleibt im herrn jesus christus und lasst alle eure dinge in der liebe geschehen amen sehr schön bruder also wirklich sehr schöner vortrag und wirklich mega schön danke bruder bis zum nächsten mal liebe geschwister ja wie gesagt ich liebe euch alle in unserem jesus christus dankeschön dankeschön seid alle rechtlich gesegnet bis zum nächsten mal ciao aber leute ist euch mal eine sache aufgefallen wie ruhig der chat ist wir haben keine dämonen mehr hier drin weil unsere modis alles aufräumen hier das ist der wahnsinn es ist so ruhig unser chat wir haben keine dämonen es ist einfach ganz entspannt so entspannt das ist wahnsinn das ist krass und so soll es sein soll ich finden da machen um himmels willen bloß nicht und das ist ausschlaggebend leute dass wir über den herrn sprechen können und es ist ganz entspannt so oliver moevius bist du noch da olli olli ich bin aber endlich jetzt ich grüße euch noch mal alle ich möchte jetzt auch nicht so allzu lang machen aber bitte sag mir mal was dich motiviert hat oder beispielsweise beeindruckt beeindruckt hat den islam zu joinen ja kann ich sagen oder was heißt zumindest für mich so zu glauben je nachdem aber ganz kurz eine eine kurze frage zu verantworten und was ist mit der akashia chronik was ist damit das soll mit der akashia chronik sind woher kennst du das woher kennst du das woher das kennt doch keiner ins normale woher kennst du das gemacht habe mit beten zu müssen oder dann wenn es mir gefällt oder oder sowas also natürlich gefällt mir alles aber zumindest das gotteskonzept und vom weg wie man errettet wird von dem was ich so kannte das hat mir am sinnvollsten und am logischsten geklungen aber oliver oliver die wahrheit ist kein konzept die wahrheit ist kein konzept es ist das ist nicht pick and choose und such dir aus was jetzt passt für mich das stimmt weil es mir mit dem look mit der logik und mit der gerechtigkeit am sinnvollsten war deswegen habe ich daran geklappt oder zumindest war ich von ausgegangen ist es eine sache muss ich sagen ja so wenn du zu einem glaube wenn du ein glaube annimmst den machen wir ja kein cherry picking sondern du musst ja herausfinden was ist das ist das denn der der wahrhaftige gott ja aber wenn dieser wahrhaftige gott keine wirkliche prophezeiungen bringt prophezeiungen oder ereignisse die in der heutigen zeit passieren und das aber aus der bibel klaut denn es ist für mich kein gott sondern ein dämon der versucht das buch der bibel nachzuahmen und es nicht schafft weil da viele fehler drin sind in seinem buch natürlich aber ja keine ahnung also ich versuche nur zu verstehen ja oder beispielsweise zu wissen wie du dazu gekommen bist diesen islam anzunehmen beispielsweise was hat dich denn im christentum nicht beeindruckt genau weil ich habe ihn also gut krass genommen koran auch aber im christentum noch mehr also das gottes konzept und der weg wie man errettet wird das hat mir irgendwie nicht einleuchtend gerecht geklungen war nur weil mir das nicht einleuchtend gerecht klingt muss es natürlich nicht falsch sein das ist natürlich auch wieder klar aber da gibt es dann noch paar andere vielleicht ich sag mal vermeintliche widersprüche auf einer seite sagt zum beispiel jesus gut das hatten wir aber eben schon mit der gottheit zum beispiel der einzig wahre leben oder weg ist es dich zu erkennen den allein wahren gotten da dachte ich wie kann ich das dann vereinbaren dass jesus gott ist wenn er sagt dich den allein wahren gott aber nicht nur das es gibt auch zum beispiel aufzählungsfehler in das hat der abu quasi mir gezeigt im esprach kapitel gibt es aufzählungsfehler und nenn mir mal nenn mir mal nenn mir mal nenn mir mal bitte den kapitel sami was sagt ich habe es leider vergessen es war kapitel verdammt noch mal 2 vers 19 vielleicht ich weiß es nicht oliver oliver weißt du eigentlich dass der koran selbst die gottheit jesu bestätigt ja einerseits auf der anderen seite irgendwie wieder ja nicht nein 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 wer wird am ende aller tage kommen um zu richten laut koran jesus christus also er wird zurückkommen aber ob er richten wird doch doch er wird okay und okay wer wer ist der einzige berichten kann gott noch mal nicht nicht nur nicht so schlimm oder gut ich stelle ihnen nur eine einzige frage am jüngsten tag sind das dann die chroniken von das kennt ihr aber glaube ich nicht die chroniken von von was ich glaube das wird keiner was was hast du gemeint die chroniken von nania woher kennst du das das gibt es doch gar nicht das ist das ist zig jahre her das kennt doch gar keiner normalerweise das kann doch gar nicht sein und dann gibt es noch die chronik in der es gibt noch die chronik in der in einem heiligen buch gibt es auch noch die chronik wenn sie die chronik der könige in der bibel dachte ich gibt es noch die chronik die chroniken das gibt es doch gar nicht alter woher kennt er sag mal das ist doch nie egal egal schon los mit dir ganz kurz dürfte ich ganz kurz reden schon mal oliver ja ja wir haben sich johannes 17 vers 1 bis ab vers 5 ließ da möchte ich es dir lesen und es dir erklären da musst du mich zuhören da steht dies redet jesus ja und erholt seine augen zum himmel und sprach jahr weiter die stunde ist gekommen verherrliche deinen sohn damit dein sohn dich verherrliche so wie du ihm gewalt gegeben hast über alles fleisch damit er allen die du ihm gegeben hast ewiges leben gebe jetzt soll ich noch hin jetzt habe ich das gelegen dass sie dich den allein wahren gott und den du gesandt hast jesus christus erkennen das heißt man soll auch den herrn jesus christus ganz klar erkennen da ist es weiter ich habe dich verhelligt auf der erde das heißt der sohn gottes hat den vater verhelligt als mensch ja super ja oliver ich würde dir gerne eine frage stellen ist das ok ja gerne 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 wer kommt denn am jüngsten tag des gerichts also laut bibel jesus christus nein nein ich meine laut wer kommt am jüngsten tag des gerichts das weiß ich jetzt nicht ob das zu dem zeitpunkt sein wird also ich weiß nur jesus soll auch wieder kommen aber ob das zu diesem zeitpunkt dann wird das weiß ich nicht kann sein dann weiß ich aber nicht ok aber wie kannst du denn eine religion annehmen wenn du nicht mal weißt wer am jüngsten tag des gerichts kommt also in der religion also ich meine gott kommt am jüngsten tag des gerichts oder richtet oder oder sowas ja aber du solltest doch du solltest doch wissen wem du da folgst wenn du nicht mal weißt am jüngsten tag des gerichts wer in deiner religion kommen wird kann ich verstehen kann ich verstehen dann war das eine dummheit von mir oder dann ist das meine blödheit dann muss ich mich dafür entschuldigen oder wie auch immer kein problem ich lege ja jetzt sowieso mein vertrauen wieder in jesus christus sein ob ich jetzt als christ zähle weiß ich nicht aber ich gehe davon aus schau mal oliver ganz kurz du musst eine entscheidung treffen ich habe eine entscheidung getroffen lass mich mal ausreden bitte lass mich doch mal ausreden du kannst nicht auf zwei hochzeiten tanzen entweder jesus christus oder satan weil es geht nicht beides mal jesus mal islam du musst dich entscheiden entweder bist du für jesus oder gegen ihn weil du musst dich eines von diesen dingen dich entscheiden weil wenn du das nicht tust dann bringt es nicht weil du kannst nicht sagen ja islam und dann jesus christus sagen berashid bara elohim et hashamayim du musst dich entscheiden entweder jesus oder allah wäre ich du ich würde mich für jedes entscheiden prüfe das und gehe wirklich auf die suche nach der wahrheit lass dich nicht von muslimen manipulieren die manipulieren dich ich habe die quellen ganz klar gezeigt warum mohammed ein falscher prophet ist ich habe dir so viele dinge md gezeigt du musst aufpassen ich habe dir 330 prophezeiungen in der bibel gezeigt was jesus erfüllt hat jesus jesus hat auch nicht gezögert oder gehadert mit sich als er zum kreuz gegangen ist er hat auch nicht gesagt soll ich es tun soll ich es nicht soll ich doch verlaufen essen gehen nein er hat das joch auf sich genommen für uns um uns die ewige gnade zu schenken um für unsere sünden zu sterben auch für deine deswegen nimm diese gnade an diesmal endgültig vielen dank channel hopping mehr ja bleib beim herrn und lass dich nicht von irgendwelchen abujakas und hansis beeinflussen das sind alles dampfblower in wirklichkeit ok gut ich versuche so gut wie ich es kann ich weiß nicht ob ich das selber von mir aus alles so machen kann das weiß ich nicht ich weiß nur dass ich mein vertrauen seit zwei wochen nochmal in jesus gelegt habe habe ihn hoffens hoffentlich zählt zum zweiten mal in meinem leben angenommen und habe den islam verlassen das kann ich nur sagen und alles andere muss der herr in mir bewirken also dass ich glaubensgewissheit bekommen eine sache würde mich ja was ihm sagst du also heute hast du den jesus christus angenommen aber morgen bist du dann wieder moslem oder wie ist das denn jetzt? ne ne also seit zwei wochen war ich jetzt nicht mehr ich war so oft hin und her gerissen ich gebe zu ich habe vier mal den islam schon angenommen und jetzt zum zweiten mal jesus christus war auch eine zwischenzeit wo ich unsicher war also das gibt es ja normal gar nicht ich habe ja schon mal gesagt was den glauben betrifft bin ich nicht mehr ernst zu nehmen denke ich mal und normalerweise wenn gott ich habe hier mal keinen namen angenommen ja krass genommen viermal habe ich schon schade ausgesprochen krass genommen das gibt es ja normalerweise ja ich habe schon viermal viermal habe ich schon die schade ausgesprochen natürlich schon mehrmals aber ich meine viermal im sinne von wieder annehmen also erstmal beziehungsweise dann dreimal wieder annehmen das ist krass das gibt es normalerweise gar nicht dann habe ich noch mal abokasim gebetet hast du gestern noch mit abokasim gebetet wie mich nicht mit abokasim gebetet das stimmt nicht aber oliver oliver du weißt schon wenn du aber die religion verlässt also den islam dann bist du ein murtad das kann sein ja das habe ich mal gehört also weiß ich jetzt in welcher form das alles so zählt aber ich habe das schon mal gehört ich habe glaube ich müsste sogar im schlimmsten fall bei einem islamischen staat sogar getötet werden dafür dann na klar also dieses also diese schon bewusst von der war also spielst du pokern mal nimmst du islam und mal tust es verlassen mit islam kannst du kein pokerspiel weil wirst du in in saudi arabien ja dann wäre ich dann nicht schon nennen zu weg ja also ich sage ich bin froh dass ich in deutschland im freien deutschland leben darf wo ich glauben davon was ich will wo ich leben darf wie ich will solange ich keinem anderen normalerweise schade also bin ich so froh dass ich im freien deutschland ich weiß das gibt es normal nicht so was und dann wieder guck mal du musst jetzt mal vorstellen oliver ja du du nimmst den islam okay jetzt bist du drin jetzt gehst du wieder raus nimmst wieder den jesus christus an dann gehst du wieder rein la 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 und dann bist du drin und dann verlässt du es wieder so und dann kommen die wieder und entspricht es wieder la 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 und das viermal insgesamt schon viermal alle war ganz kurz und was ich dir was sagen wir ist lasst dich nicht manipulieren hol mich immer hoch und dann werde ich die stück für stück fischen und so weiter weil das problem ist oliver kommen mein tipp an dich ist wenn du leistungs macht hol erst mal keine muslime hoch holen nur wahre christen hoch messen am besten machst du gar keine leicht live stream sondern gehst zu einer gemeinde redest mit christen von fest ich war bei mormonen vor vier tagen das sind mormonen sind keine christen ja gut in der gemeinde im schlimmsten fall gegen die katholische kirche wenn sonst nichts gibt in deiner nähe oliver fühlst du dich frei mit jesus noch mal zumindest mal freier als im islam aber natürlich komplett frei nicht wenn ich jetzt nur nach einem eigenen gefallen geht weil ich denke mal im christentum ist wahrscheinlich auch einiges so verboten oder was mal zum teil alles so nicht darf oder so weil ich denke mal diskotheken gehen glücksspiel oder sowas das ist wahrscheinlich alles auch streng genommen nicht erlaubt im christentum weiß ich jetzt nicht aber ich vermute es mal naja es gibt gewisse regeln aber aber ich fühle mich schon freier als ja weil ich gehe nämlich gerne manchmal noch in die diskothek oder was frauen betrifft dass ich mal das ein oder andere noch mache das ist halt leider die wahrheit leider ist es war das ist die sache und ja genau aber ich fühle mich freier als im islam das auf jeden fall ja im islam da ist es ja noch mehr mit gebundenheit da hatte ich ja noch mehr das schlechte gewissen gab wie ich in die diskothek gegangen sind das habe ich auch nicht alles was den jesus christus akzeptiert als dein herr ja zumindest dass ich mein vertrauen rein lege dass er mein herr her ist oder dass er das zumindest in mir bewirkt also dass ich glaube dass er eine sache interessieren wenn du ja ich war auf dich bist und ehrlich bist in dem was du sagst ja dann will ich nur einmal hören mohammed ist nicht mein profit mohammed ist nicht mein profit nee das klappt das glaube ich jetzt nicht mehr das glaube ich nicht mehr ja jetzt das letzte oh jesus ich hoffe dass es bleibt und bitte ich will nicht lass dich nicht vor muslimen verfüllen du musst es in ganz meinen ich bin einfach dass ich noch nicht auf meine höhe geschworen habe jetzt weiß keiner glaube ich was ich meine und dass ich es noch nicht wortwörtlich vor gott schriftlich unterschrieben habe dass ich keine ausrede mehr habt den glauben zu wechseln das bin ich froh dass ich das noch nicht gemacht hat weißt du denn jeremy auf was ich jetzt die letzten zwei tage so geschworen hat ein live team ich weiß jetzt nicht ob das woher weißt du das wenn ich lachen muss vergib mir gott vergib mir was passiert ja früher war es doch nicht so was haben wir mit dir gemacht wir haben den von manipuliert das ist traurig oliver bist du noch da woher weiß der das hat sich auf meine seele geschworen das ist doch nicht normal das ist jeremy ich meine dich sondern da waren jetzt andere glaube ich die das in den kommentaren geschrieben ich habe das vorher schon erzählt dass das vorher schon habe ich schon gesagt aber da wo ich dann wirklich auf meine seele geschworen dass ich keine ausreden mehr habe oder keinen so da habe ich mich dann auch dran gehalten das hilft mir dann zusätzlich mich dran zu halten das ist also eine sache interessiert noch einmal ich will es noch einmal hören ja das ist nicht ein profit und auch schon gar kein gott für mich aber ich akzeptiere natürlich wenn andere das für sich glauben also ich will jetzt nicht sagen ich sage natürlich dass ich das für falsch halte aber ich will den ich will das so respektieren ich meine im sinne von dass die daran glauben dass ich die jetzt nicht dafür irgendwie negativ behandeln will die andere zu mir eingefallen im christentum darf sie nicht schwören schwören bis nicht alles ich kann es vielleicht versuchen aber das wäre jetzt gelogen wenn ich das jetzt weil ich werde also ich werde dir endlich später dich dich privat anrufen und das kannst du machen noch mal in ruhe reden aber schon ich mag dich von ganzem herzen so wie ihr kennen und schon alles glaubt war ja oft ja doch so da waren wir live ich möchte sagen hol ich diesen abokassim hoch ich habe mit den debattiert vor zwei jahren ich hab den zerstört auch immer sagen wenn du live gehst wohl erstmal keine muslime hoch holten holen nur christen hoch und dann wird es schwer fallen aber ich will sie denke an deine woher in der bibel ja achte es auch wirklich macht das aufgabe ich will da jetzt mal nicht auf meine seele oder auf schriftlich genau da in der hinsicht schwöre ich auch nicht auf meine seele weil ich das nicht halten tue wahrscheinlich ich denke drüber nach du gibst mir zumindest du machst es mir hast es mir wahrscheinlich dadurch schwerer gemacht jetzt muslim hochzonen jetzt habe ich jetzt fällt mir dadurch vielleicht ein bisschen schwerer aber ich schwöre mit auf meine seele darauf weil ich eben das nicht halten aber nicht schwören was weiß ich schwöre rolle war genau ich wäre ja auch darauf nicht du erkennst doch die m chroniken dings von narnia ich würde jetzt erst mal an dieser stelle sagen das ist doch warte was ist das hertha hertha b nein das sagt dir nix da sagt dir nix in alle filmen von m chroniken von narnia aber hertha b nein ja gut es gibt aber noch hertha b und dann kommen noch zwei buchstäbe woher weiß der das das kann nicht sein du weißt aber die farben nicht du weißt die farben die die wissen aber die farben nicht wenn in was die investieren haben gewisse hoffentlich keiner was ist los weil das kann nicht sein wie hat der bwb gespielt wer ist der bwb wie hat der bwb gespielt was meine ich überhaupt mit bwb was meine ich damit alle war für dich beten darfst du machen gott sei dank weiß dass keiner keiner weiß was ich mit bwb meine die sind gut da gab es mal einen klopp früher und so weiter aber das kann nicht sein das heißt das überhaupt bwb oder heißt das an anders oder das bwb heißt borussia dortmund bvb das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein egal tut mir leid ich bitte dich von ganzen herzen ein oliver falls er besessen ist es soll in deinem namen rausgehen ich bitte dich darum ein für oliver dass du ihnen eine gewissheit gibst dass du die wahrheit bist dass du der gute hirte bist ich bitte dich darum herr jesus christus von ganzen herzen bitte ich dich darum dass der oliver sich nicht von muslimen sich manipulieren lässt und dass er dich wirklich von ganzen herzen dich annimmt als herrn heiland erlöser und auch rette ich bin ich darum in deinem namen dass dieser unreine geist was der oliver dass es in jesen namen verschwindet ich bin ich darum hilf den oliver dass er 100 prozent zu dir kommt denn denn du hast gesagt wer zu mir kommt den werde ich nicht hinausstoßen in deinen namen preis ich dich jesus christus rette den oliver aus diesem zustand weil ich kenne das weil es hatte auch ein freund aber du hast ihn daraus gut holen oliver aus dieser religiösität raus dass die muslimi nicht mehr manipulieren heiligen in deinen namen du gebührst lob und ehren dank in jesu namen vielen 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 dank vielen vielen dank aber eine sache bevor wir hier eingehen akzeptierst du jesus als dein gott und dein erretter ja ja dass er gott ist mein erretter ist auf jeden fall ich geht ich vertraue darauf weil das ist ja halt notwendig dass du glauben und einerseits es spricht ja auch viel dafür dass er wirklich gott ist wenn er sagt er abraham war ich er hatte die vollmacht sünden zu vergeben er konnte wunder tun gut nur weil man wunder tun kann muss das nicht für jetzt beweis sein für gott aber eine aber eine sache nicht dass du vielleicht jetzt um 12 uhr nachts noch mal moslem wieder bist also ich mir wurde es angeboten auch bei abu quasi und bei jemand anderem bei es gibt ein a punkt a punkt aber ich nenne keine namen den kennt keiner ein muslimischen freund der nennt sich abend der wohnt aber nicht in deutschland aber einem deutschsprachigen land die erste frage ist in welchem deutschsprachigen und wie heißt der den ich meine das werdet ihr nicht wissen mir ist angeboten ob ich das noch mal annehmen die haben da habe ich aber nein gesagt aber das sind gute frage keiner gott sei dank keiner weiß wenig das kann das kann doch gar nicht sein aber du weißt nicht aus welchem land der ist und in welchem land der das kann nicht wahr sind ja alles gut ich bin fassungslos ich weiß es nicht woher kennt der den ali aber der weiß nicht was da steht tut mir leid ich bin gerade etwas 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 ich bitte dich darum oliver oliver ich möchte ich werde dich privat nicht anrufen um mit dir noch mal reden weil ich war ich weiß in welchem zustand du dich entführst in welchem zustand deswegen noch mal sagen und aus einmal das ist dann schön tut mir leid das hilft mir aber wenn ich so mache mit mit dem mit den fußballmannschaften oder woher weißt du das oder so das hilft mir zusätzlich glücklich das hilft mir weil wenn ich das nicht mache dann 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 bin ich noch weniger in den gedanken hier und jetzt sind so bin ich das mehr und ich bin euch dann war noch mal zu ja ja tschuldige schlacht und tief ein und aus atmet tief ein und ja und dann macht dann lieber oliver warte mal bitte jeremy ganz kurz oliver bist du da ja ich bin noch da ich mache sogar kamera an dann wisst ihr dass ich das könnte auch sein dass ich sonst irgendwie sonst was bin ja ich möchte ollie dass du dich ein bisschen beruhigst und und dann sprechen wir morgen ist das ok können wir machen normal also wenn nix dazwischen kommt mir ist es bewusst dann schwöre ich auf meinen ihr wisstet was ich sagen wollte hoffentlich jetzt macht dass ich dass ich dann mit dir spreche sie deine jacke das ist das ist das geringste problem das macht mir überhaupt nichts was wollte ich also noch mal dass ich so mache mit mit hertha bsc oder mit union es gibt aber das ist glaube ich jetzt so hoch gegriffen das wäre es jetzt keiner es gibt noch union aber und das wird wenn ich wissen mit union was ist union erst mal was ist denn dann im berlin also die fußballerendings mannschaft da es gibt woher kennst du union das kämpfe gespielt fein das kann nicht wahr sind woher kennst hier hat schon einer geschrieben so aber auf jeden fall wenn ich so mache das hilft mir zusätzlich glücklich zu bleiben wenn ich so machen ollie 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 alles beruhig ich möchte ich möchte dass du dich jetzt beruhigst und machen eine kleine pause und wir sprechen morgen ok ja ganz kurz ganz kurz das ist jetzt das letzte versprochen von mir das schwöre ich auf meine höhe hören ollie war nicht ausgesprochen ganz das wort ihr werdet jetzt nicht wissen denke ich mal was ich meine wer sind letzte sache im fußball wer sind die 96 er wer ist das wer sind die 96 ich glaube das weiß jetzt wirklich keiner mehr fand ich die 96 er meinst du in der europameisterschaft in der hannover hannover oder das kann nicht wahr sind woher wissen die das woher wissen die das das kann nicht wahr sein aber ihr wisst die farben nicht das ist das grün weiß schwarz oder grün weiß schwarz das kann nicht wahr sind das kann nicht wahr sein ich weiß es nicht woher wisst das ist doch mit normal das ist alles gut ich habe recht ich wünsche euch schwarz alles alles macht's gut schauke bis dann leute ich muss kurz mal ein eine sache festhalten ihr habt gemerkt ich bin dann irgendwann mal ich habe gelacht und alles so ganz leichtes grinsen aber dann habe ich die situation sehr ernst genommen habt ihr gesehen ich werde ernster und ernster und ich lache dann auch gar nicht mehr falls ihr das gemerkt habt er hat er hat da etwas dass der macht das nicht mit absicht sondern das hat er nun mal und ich wollte dass er sich beruhigt und deswegen wollte ich den stream auch beenden ja deswegen wollte ich den stream unbedingt beenden aber er hat sich da rein gesteigert etwas und deswegen habe ich ihn gesagt hey du er soll sich ausruhen der soll chillen und denn ist gut weil ich habe gemerkt der und ich finde leute wir sollen über so solche sachen nicht lachen wirklich das ist nicht richtig aber wie gesagt ich habe einfach versucht dass es sich beruhigt weil irgendwann mal habt ihr ja gemerkt dann wurde ich immer ruhiger und ruhiger und sagt schon fast gar nichts mehr weil ich das so ein bisschen beobachtet habe ja es ist schon hart und und die andere seite die manipulieren den so dermaßen weiß und das musste erst mal alles verarbeiten und deswegen finde ich das schon eine schweinerei deswegen bin ich in die zeit geben das soll offline gehen der soll sich ausruhen chillen erst mal und 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 dann ist okay das ist nicht so einfach leute ich sag's euch das ist nicht so einfach wir werden jetzt auch eine kleine pause machen leute weil ja gucken wir jetzt einfach mal morgen wie gesagt stream wir noch mal aber der arme der tut mir echt wirklich leid nochmal gerne richtig krass richtig gehirn gewaschen abokasen ich werde mit dem noch mal also der abokasen der der ist nicht mehr normal der abokasen der typ ist richtig krass verrückt ich habe mit dem sofort zwei jahren auf tiktok halt zu er debattiert halt so ein live und dann hat der würde ich ganz leise keine ahnung ich würde ich ganz schlecht hast du mich jetzt hast du mich ich habe gesagt dieser abokasen hat denn ein oliver richtig krass gehirn gewaschen manipuliert diese abokasen und das macht mich einfach nicht richtig krass traurig der oliver der tut mir von ganzem herzen leid bei dieser hand die abokasen oder liebe zum hd ist dann und so gehirn gewaschen es macht mich oder oder du musst entweder entweder ich kaufe die morgen ein mikrofon oder kauf die morgen ein neues mikrofon ok verstehe der mikrofon ist schrecklich das ist 2000 jahre vor christus bruder ich habe dann die verstehen ganz gut ja ich will also ich höre ein bisschen schon keine ahnung wieso keine ahnung vielleicht vielleicht kannst du ihn wirklich kontaktieren anrufen jetzt muss man aber ganz alleine straße herum läuft auf jeden fall auf jeden fall leute wie gesagt die dies nicht wissen wie gesagt wegen den ollie vielen vielen dank dass du da warst und leute lasst uns ins bett gehen das ist schon relativ sehr spät und es war entspannter stream heute und morgen gehen wir auf die themen dann einfach noch mal ein wir sind eigentlich komplett vom thema weg aber alles gut wie wir können ja morgen fortfahren morgen so zwischen 11 uhr 10 uhr sollten wir vielleicht noch mal stream und dann ist okay allerhöchstens mittag fangen wir an genau deswegen leute alle die hier drinnen sind eine gesegnete nacht schlaft alle gut bruder kohit wenn du noch was sagen möchtest sagt was alle jahre dem herrn jeremy wenn du was sagen willst sag du er rettet wünsche ich allen gottesreichen segen und bitte betet für den oliver weil tut mir von ganzem herzen das ist wirklich traurig ja also gut das werden wir alle machen schlomo schlomo und an alle gute nacht ich küsse eure herzen und wirklich vielen vielen dank für euren support und bis morgen leute also ciao wir werden auch trotzdem